In meiner Live-Trading-Community werden wir demnächst auch regelmäßig Webinare halten, wo ich quasi mein Wissen teile, wo ich euch zur Seite stehe. Bei kleinen Trader-Behwehchen, sage ich mal, hier will ich dich daran teilhaben lassen. Entsprechend viel Spaß. Genau, Recording and Progress, okay, perfekt, das passt. Okay, und wir reden erstmal ein bisschen über, ja, was war die Frage genau jetzt zum Beispiel von Max? Wie geht man am besten mit Verlusten oder einem Drawdown? Wäre klasse. Ja, darüber können wir ein bisschen sprechen. Übrigens habe ich jetzt den Hintergrund, na gut, ich habe jetzt die Trading-View offen. Liegt einfach nur daran, dass ich jetzt hier, ups, in der Trading-View dann ganz cool vielleicht notfalls auch mal hier irgendwas einzeichnen kann. Deswegen habe ich bloß Trading-View offen. Ich hatte den ersten Blick, da habe ich einen Kanban oder so, so einen Paint-Auspack, aber ich glaube, eine Trading-View tue ich gleich ein bisschen missbrauchen, dann passt das auch. Naja, wie geht man am besten, also, wie geht man am besten da mit Drawdowns oder mit Verlusten um? Ich sage mal, das ist auch eine ähnliche Frage, glaube ich, die Alex sowieso hatte. Ich weiß nicht mehr genau, ob bei Alex dann das Problem noch war. Ich glaube, da war es eben mit dann, von wegen, wenn man Verluste macht, dass man da die Position, glaube ich, aus. Baut oder sowas, glaube ich, in der Richtung rum, ne? Aber wir können erstmal über Drawdowns insgesamt reden, ne? Und zwar, ich sage mal, was mir immer hilft letztendlich, ist, wir haben ja letztendlich irgendwo unsere ganzen, wir haben irgendwo unsere Strategien, sage ich mal, ne? Und ich sage mal, was mir immer sehr hilft, zumindest ich habe ja auch ein paar Mal Drawdowns Phasen oder Verlustserien habe ich auch sowas, ne? Wir haben es letzten Donnerstag ja live zum Beispiel gesehen. Ich habe letzten Donnerstagabend, habe ich doch auch hier, was weiß ich, die drei Trades oder so sind Folge, die ich da auf dem Sack bekommen habe, ne? Habe ich natürlich auch irgendwo drin, ist ja auch sehr offensichtlich. Und was mir immer sehr, sehr hilft, sind zwei Sachen. A, erstmal, ich tue quasi meine Verluste in der Ansicht begrenzen oder ich tue die Anzahl an Verlusten begrenzen. Ich glaube, Max, du darfst das Prinzip auch schon kennen aus dem Videokurs, glaube ich, du darfst du dann kennen schon, ne? Dass ich quasi sage zum Beispiel, was bei mir sehr, sehr im System drin ist, was das Index Trading vor allem angeht, zum Beispiel ist ja, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt drei Verluste in Folge habe, dann, da hatten wir auch am Donnerstag schon ein bisschen drüber gesprochen, nochmal abends dann, dass ich sage, okay, wenn ich drei Verluste in Folge mache, dass ich dann auch erstmal die Trading-Session erstmal für die Zeit oder halt sogar für den ganzen Tag erstmal beende. Das ist aber bloß daran, was ich ja auch immer ganz gerne sage oder wie ich mir vorstelle, ist ja, dass der Markt sich immer in Wellen bewegt insgesamt. Und das Problem ist einfach, wenn du quasi auf dem falschen Fuß in der Welle drauf bist, sage ich mal, ne? Das heißt, du hast die Welle dann plötzlich antizyklisch, sage ich mal, dass du da quasi nicht mal in diesen Rücken musst von dieser Wellenbewegung insgesamt, die wir so am Markt quasi haben, da kommt man einfach nicht mehr rein. Und ich sage mal so, nach drei Trades, wenn wir uns das so vorstellen, zum Beispiel, ich will jetzt hier mal eine Welle reinzeichnen, wenn wir uns vorstellen, dass sich so der Markt jetzt hier in Wellen bewegt, ne? Und normalerweise würdest du ja sagen, okay, du tust hier oben shorten, hier unten wirst du long gehen, hier oben wirst du wieder shorten, hier wieder long gehen und so weiter und so fort, ne? Ja, bis da, wie ich das mein Problem ist, nämlich bloß folgendes, wenn du jetzt natürlich sagst, du gehst jetzt, vielleicht lauf jetzt gerade hoch und du sagst, du gehst jetzt hier zum Beispiel long zum Beispiel, ne? Gut, kriegst ein Arme auf den Sack, okay, vielleicht hast du einmal Verlust eingefahren, ist kein Problem, weil wir runterlaufen. Jetzt denkst du, okay, na gut, Mensch, wir haben jetzt vielleicht hier irgendeinen Tiefgrad gebrochen, er rückt sich dann nach oben, tue ich jetzt gerade lieber, jetzt tue ich hier quasi lieber short gehen, weil sind wir jetzt wieder abwärts zum Beispiel oder sowas, ne? Keine Ahnung. Das heißt, du siehst jetzt schon mal, okay, du bist die ganze Zeit bloß, man ist die ganze Zeit ja bloß noch antizügisch im Markt drinne. Und irgendwann diesen Knackpunkt aber zu finden, oder diesen Punkt insgesamt zu finden von wegen, okay, ich tue jetzt einfach meine Ideen ausschalten und quasi doch besser versuchen, die Welt zu reiten, das kriegt man halt echt nicht hin, muss ich sagen, ne? Ich habe damit auch mal ein Problem und spätestens dann, wenn du es quasi jetzt hier nach dem dritten Mal auch wieder auf den Sack kriegst, ich sage mal, spätestens dann weiß ich, okay, hier, Christian, irgendwas läuft gerade zum Beispiel falsch, lass es jetzt erst mal selber, ne? Guck lieber später mal und vielleicht hat man später dann irgendwo so eine Bewegung, da weiß ich, okay, gut, was ich genau damit jetzt hier handeln kann zum Beispiel, ne? Wenn ich einfach in einer anderen Session dann weiterhandel letztendlich. Und dafür aber, jo, vorne erst mal dann quasi, ähm, wie sag ich mal, einen Schlussstrich ziehe, wisst ihr, wie ich meine? Nein, das hilft mir, das ist eine Zutat zumindest, die mir sehr hilft bei Drawdowns. Die andere Sache, die mir hilft, ist natürlich, ich habe quasi ja mit meinen, die Strategien, die ich insgesamt habe, ähm, da habe ich ja jetzt schon fünf Jahre lang da drin eine Übung und ich weiß quasi ganz genau, wenn ich mich im Grunde an meinen Strategien weiterhalte und jetzt nicht plötzlich sage, na gut, funktioniert alles nicht mehr, ich tue jetzt irgendwie kurz mal auf YouTube suchen, hier, Strategie, Dax, Trading oder so, und direkt was Neues machen, ähm, solange ich quasi mich da an meinen Strategien halte, weiß ich, okay, früher oder später werde ich das Ganze wieder ausbügeln können letztendlich. Das heißt, das ist auch was ganz Wichtiges, finde ich, insgesamt ist, dass man quasi im Trading, gerade vor allem im Trading, sage ich mal, ne, ich sage mal, beim langfristigen Investieren, brauchen wir natürlich auch, aber gerade beim Trading finde ich es am wichtigsten, dass man da immer so eine, ich sage immer, ganz, ganz, eine gewisse Grundkuhlenes mitbringt. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, ich sage mal, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn man natürlich gewisses Riskmanagement auch einführt, wenn du jetzt wirklich einen Drawdown hast, ich sage mal, wie sehen so meine Drawdowns aus? Weiß ich, wenn ich jetzt wirklich eine Verlustzahre habe, habe ich meinen Depotwert vielleicht mal so 5 bis 6 Prozent, was ich da gerade ins Minus laufe insgesamt. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, was sind dann 5, 6 Prozent? Das ist jetzt nicht so die große Welt letztendlich. Das sind ja quasi mal ein guter Tag oder vielleicht zwei, drei gute Handelstage wieder und du hast es ja wieder drin letztendlich, ne? Dass dann halt kein Problem ist, wenn man wirklich so eine Drawdown-Phase hat. Was natürlich auch bei mir öfters mal sehen ist, dass ich auch teilweise eine Phase habe, wo mein Performance bloß seitwärts irgendwann mal läuft von wegen. Und das hilft mir da quasi, was das Index-Trading angeht, einfach bloß. Ich weiß quasi langfristig, wenn ich mich an meine Strategien weiterhalte, weil ich die ja quasi im Detail auch wirklich kenne. Ich versuche euch ja extra immer so viel wie möglich auch immer zu zeigen und nochmal zu erklären, dass ihr das quasi auch so in Fleisch und Blut quasi überkriegt. Da weiß ich quasi, wenn ich mich einfach nur dran halte, früher oder später wird, kommt dann wieder quasi der Punkt, wo ich genau da wieder irgendeine Welle mit treiben kann letztendlich, ne? Und das hilft mir quasi dann, diese zwei Zutaten einfach bloß. Nach maximal drei Verlusten tue ich quasi die Session erst mal beenden und tue da einen Schlussstrich ziehen und sagst, okay, Mensch, was ich jetzt verloren habe, ist egal. Ich kann auch morgen, übermorgen, ich kann heute Abend oder so, keine Ahnung. Wenn ich da neue Session mache, kann ich das vielleicht auch wieder zurückholen. Das ist dann für mich kein Problem erst mal, ne? Das hilft mir. Und eine Sache, wie gesagt, ist, ich weiß, dass meine Strategien langfristig gut performen und entsprechend kann ich da die gewisse Coolness einfach mit haben. Und wenn ich auch zum Beispiel habe, auch teilweise mal, auch zum Beispiel letztes Jahr im August, habe ich zum Beispiel gehabt, da hatte ich mal so zwei, drei Wochen lang eine Handelsphase, da ging bei mir auch gar nichts. Da dachte ich auch so, also übrigens der August war auch letztes Jahr mein einzigster Verlustmonat insgesamt tatsächlich. Das war auch so genau so eine Phase, wobei mir kaum was ging letztendlich, ne? Und da war es auch so, wie gesagt, okay, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner oder so, ist auch irgendwie doof, aber ich wusste trotzdem, okay, früher oder später wird es wieder gut werden. Und es war auch so, weil ich glaube nämlich, der September oder Oktober 1 von beiden Monaten war dann nämlich der beste Monat, den ich letztes Jahr witzigerweise hatte. Und entsprechend, ja, das hat dann natürlich ganz gut gepasst. Also wie gesagt, da diese gewisse, die gewisse Grund Coolness braucht man da immer, sage ich mal, beim Trading insgesamt, ne? und ja, genau soweit das quasi dazu, was mir direkt so spontan zumindest einfällt, über so ein bisschen so Trowder und Phasen insgesamt, wie man mit Verlusten umgeht. Wichtig ist, wie gesagt, Vertrauen in das System einfach haben. Bestfalls tut man sein System irgendwie mal gebacktestet haben oder irgendwas in die Richtung, zumindest, oder du hast es halt, wie gesagt, seit fünf Jahren tue ich dieselben Systeme handeln, ne? Das heißt, ich habe jetzt natürlich, ich habe jetzt leider nirgendwo gerade eine Liste, die ich euch geben kann, von wegen, meine Trendvollstrecke, ich hatte so und so hohe Windraten, kann ich euch leider jetzt nicht geben, aber ich kann euch quasi sagen, dass es über die letzten fünf Jahre schon funktioniert hat und ich gehe davon aus, dass es auch noch die weiteren fünf Jahre mindestens noch funktionieren kann, zum Beispiel, ne? Das müsste sich ja irgendwas im Markt fundamental Grundlegendes ändern, dass plötzlich eine Trendfolge nicht mehr funktioniert. Aber das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert letztendlich, ne? Entsprechend Vertrauen da in das System haben und dann kann man auch Trowder und Phasen, sage ich mal, relativ simpel überleben. Das natürlich geht aber wirklich auch bloß, wenn man jetzt irgendwie nicht eine Shortdown-Phase hat, von plötzlich 50 Prozent. Wenn das natürlich der Fall ist, dann wird es natürlich auch schwierig. Das ist dann aber was, was dann in Richtung Positionsgröße eher geht. Zum Beispiel, was ich ja viel versuche oder was ich ja auch immer euch ganz gerne sage, ist, dass ich ja quasi pro Trade so weit, wie mein Stop-Loss weg ist, ihr seht es zum Beispiel bei mir häufig, dass ich den Stop-Loss immer so weg habe, dass ich vielleicht, wenn ich in den Stop-Loss laufe, habe ich meistens so 200 Euro Verlust bis so 200 bis 350 Euro ungefähr. So in dem Bereich habe ich dann meistens immer Verlust, sollte ich verlieren letztendlich und wenn ich gewinne, meistens auch 300 bis 600, 700 Euro gewinne, was da möglich ist. Das ist mein Chance-Risiko, weil es von 1 zu 2 insgesamt letztendlich. Aber ihr seht ja auch ganz häufig, oder zumindest hoffe ich, dass ihr das schon so ein bisschen mitbekommen habt immer, dass ich ja zum Beispiel, wenn ich mit einer vollen Size drinne bin, sprich meine 20 Euro pro Punkt, da habe ich zum Beispiel dann bloß einen Stop-Loss von 10 bis 12 bis 15 Punkte mal. Wenn ich zum Beispiel allerdings bloß mit einer halben Positionsgröße mal drinne bin, das heißt, okay, diese 10 bis 15 Punkte, das sind dann quasi diese 200 bis 300 Euro Verlust dann, die möglich sind. Und wenn ich zum Beispiel mit einer halben Positionsgröße drinne bin, sprich bei mir dann 10, was ihr dann auch sehr häufig zuletzt vor allem seht, dann stelle ich auch ganz gerne mal einen Stop-Loss mal 25 Punkte weg, wo ich dann wieder mit meiner 250 Euro-Bereich drinne bin letztendlich. Wisst ihr, wie ich das meine? Und entsprechend, da tue ich quasi viel zu probieren, das ist quasi mein Stop-Loss, quasi prozentual vom Depotwert, meistens bloß so 0,5 oder 0,4 bis 0,8 Prozent weg ist. Irgendwas tut es da drinne, meistens variieren letztendlich. Und entsprechend sage ich mal, wenn ich jetzt fünf Verluste machen sollte, irgendwie in Folge oder vielleicht habe ich drei Verluste, ein Break-Event-Trader, dann nochmal drei Verluste zum Beispiel, kann ja auch genauso gut sein. Oder vielleicht ist schon bloß ein kleiner Gewinner, ist total egal. Da habe ich jetzt keine Drawdowns von irgendwie 20, 30 Prozent Depotwert. Das hatte ich früher dann gehabt, weil da habe ich echt große, also in Fürst-Depot immer große Positionsgrößen gehandelt. Und der sagt quasi, wenn ich so eine wirkliche Verlustserie habe, da habe ich dann, wie gesagt, auch wenn ich mal zehn Trades in Folge verliere, ohne wirklich so ein bisschen groß was gewinnen zu machen, habe ich trotzdem plus fünf bis zehn Prozent Depotwert verloren. Insgesamt wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt quasi was ganz, ganz Wichtiges, da diese Verlustbegrenzung von Money-Management-Seite, von der Positionsgrößen-Seite quasi auch hinzukriegen. Und was ja auch öffnet, manchmal tue ich auch Viertel-Positionsgrößen nutzen, und hat dann zum Beispiel einen Stop-Loss von 30 Punkten oder so sogar weg. Oder ab und zu sogar von 40 Punkten oder was weiß ich in die Richtung. Das seht ihr ja alles dann auch im Live-Trading immer. Und genau, da tue ich quasi darüber viel insgesamt regeln. Hast du irgendwo ein festes Regelwerk aufgeschrieben? Ja, habe ich. Ich habe hier, ich habe auch, ich habe auch hier, das ist auch was ganz Wichtiges, habe ich so ein Trading, da kann man das ja drauf sehen, mein Trading-Tagebuch, was habe ich hier drauf? Notizen, ach so genau, ich habe hier noch mein Trading-Tagebuch-Notizen. Und da habe ich hier auf der ersten Seite, habe ich hier quasi so ein paar, ups, hier auf der ersten Seite habe ich da quasi so ein paar Regeln draufgeschrieben zum Money-Management und sowas, wisst ihr, die Böttger-Bibel. Genau. Und da habe ich quasi wirklich Regeln aufgeschrieben. Ich habe glaube ich so sechs oder sieben Regeln insgesamt hier drin. Weiß nicht, sechs Regeln habe ich hier zumindest drin stehen. Na gut, okay. Ich habe glaube ich, wenn ich ehrlich bin, vielleicht sieben oder acht Regeln, schätze ich mal. Aber sechs zumindest stehen dort drin. Und das habe ich gerade, da habe ich was aufgeschrieben, ja. Und was auch ganz wichtig ist, übrigens, wie viele, warte mal, wir machen mal eine Umfrage, wie viele von euch, oder wir machen jetzt keine Umfrage, ist egal, wie viele von euch führen ein Trading-Tagebuch überhaupt? Sind das eigentlich viele? Also weil Trading-Tagebuch ist das, wo ich früher persönlich den meisten Fortschritt gemacht habe, tatsächlich. Wenn jetzt jemand nicht Trading-Tagebuch führt, ist auch kein Problem, ne, ist kein Problem. Aber das ist das, was mir sehr, sehr geholfen hat. Früher, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich hatte früher auch übelst große Jordan-Phasen und sowas. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, mir ein Trading-Tagebuch zu führen. Das ist ja quasi bei mir die zweite Generation jetzt gerade. Und was mir dabei vor allem, oder was die Idee dahinter ist, ist ja vor allem zu sagen, naja, ich tue mir jeden Trade mit aufschreiben, ich tue mir quasi aufschreiben, welchen Index trade ich gerade, wie weit ist mein Stop-Loss-Tag-Profit weg und so weiter und so fort quasi, wie ist der Trade ausgegangen, was ist die Idee gewesen. Und was ich dann ganz gerne mache, ist so aller drei Monate, machst du das immer noch? Ja, genau, mache ich immer noch. Dann tue ich quasi aller drei Monate, tue ich quasi reinschauen und nochmal gucken, okay, mit welchen Strategien hatte ich gerade den meisten Erfolg gehabt, welche Strategie oder welcher Index hat zum Beispiel nicht so gut funktioniert, zum Beispiel. Solche Sachen tue ich dann versuchen auszuwerten, quasi über mich selber eine kleine Statistik zu machen. Es hilft mir in der Hinsicht dann dabei, dass ich weiß, okay, na gut, zum Beispiel würde ich merken, dass über drei Monate verteilt zum Beispiel irgendeine, weiß ich, irgendwie zum Beispiel plötzlich die Trendfolgestrategie verformt hat zum Beispiel und ich bin nur nicht mit der Down-In-So-Boss gelaufen und da sage ich, okay, na gut, Trendfolgestrategie, eigentlich ist das ja, ist das im Normalfall eine meiner besten Strategien mit, sage ich mal. Sag ich, okay, na gut, das hat es nicht funktioniert, woran liegt es erst mal? Da gucke ich mir dann mal einen Gesamtmarkt an, ist der bloß seitwärts gelaufen? Da brauche ich natürlich nicht fragen, warum es mit der Trendfolge doof lief, sage ich mal. Aber wenn wir trotzdem BigPick schon den Trend hatten, meine Trendfolgestrategie lief schlecht, sage ich, okay, na gut, woran lag es? Und dann muss ich natürlich was habe ich dann für Setups überhaupt gehandelt? Man merkt zum Beispiel sowas wie zum Beispiel, was ich zuletzt merke, dass ich, ich habe, ich tue mir zum Beispiel zuletzt ganz gerne auch reinschreiben, es ist zum Beispiel, ihr müsst euch so vorstellen, okay, ich habe quasi jeden Tag tue ich aufschreiben, gut, ich tue quasi jetzt auch Alex, ich tue ein Trading-Tagebuch noch führen, aber nicht mehr so ausführlich wie früher, okay, aber ich tue es noch führen quasi. Da habe ich mir wirklich jede Idee noch mal ein bisschen detaillierter aufgeschrieben und dann ich den Stop-Loss nachgezogen habe und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt nicht mal ganz so detailliert, ne? Ich habe quasi meine Strategie, ich tue quasi aufschreiben, welchen Index ich handele, wie weit Stop-Loss-Tech-Profit weg ist, wie der Trade ausgegangen ist und was die Idee war, ne? So tue ich es quasi im kurzen bloß noch aufschreiben und aber am Tagesende schreibe ich mir quasi immer noch wie so ein kleines Fazit insgesamt auf, sage ich mal, ne? Und zum Beispiel, jetzt habe ich gerade eine Frage, was ich euch eigentlich sagen wollte, okay, oder zum Beispiel zuletzt, was ich da jetzt öfters merke, ich habe jetzt öfters mal reingeschrieben, zum Beispiel, ich bin in Trades nicht mehr reingekommen und natürlich jetzt, wir haben jetzt Ende März, das heißt, ich kann jetzt demnächst mal ein bisschen wieder, wir haben jetzt quasi drei Monate von Anfangs, vom Jahresstart ausgehen, jetzt durch, jetzt werde ich vielleicht mal nächste Woche mal gucken, jetzt zum Beispiel so ein Trading-Tagebuch, womit ich bisher so zum Beispiel zufrieden war und jetzt, wie gesagt, zuletzt, das weiß ich nämlich jetzt, wie gesagt, aus dem Kopf, weil es in den letzten zwei, drei Wochen vor allem sehr intensiv wieder aufgefallen ist, ich merke, dass ich einfach irgendwo zu wenig Trades dann irgendwo noch umsetze, die Setups sind immer oder die Ideen sind ja immer gut, das sehen wir auch zum Beispiel öfters jetzt die letzten zwei, drei Wochen beim Live-Trading, dass wir immer ganz gut wissen, wo läuft der Markt schon hin, aber genau das finale Setup, das hat mir immer ein Stückchen noch gefehlt, wisst ihr, wie ich meine und weiß nicht genau, woran es liegt, muss ich mal schauen, was wir jetzt zum Beispiel ja gemerkt haben, ist zum Beispiel was mit diesem 23-Tracement-Level, das habe ich mir jetzt auch ein paar Mal als Notiz einfach bloß aufgeschrieben, was es damit zum Beispiel auf sich hat, gerade irgendwie zur letzten Zeit, wo ich dachte, okay, eigentlich der Markt läuft im Großen und Ganzen, finde ich zumindest eher mehr seitlich als alles andere, nur kurzfristig, auf Stunden schaut, die sind natürlich kleine Trends, das Stunden auf Tagesschart-Basis finde ich eher seitwert, dann bloß so geringe Korrekturen zum Beispiel, macht für mich erstmal noch nicht ganz so viel Sinn, aber muss ich demnächst mal schauen, woran das genau liegen könnte zum Beispiel und ob ich da vielleicht mich irgendwo da ein bisschen verbessern kann, vielleicht muss ich mal schauen, aber zum Beispiel, das habe ich zuletzt mir häufig aufgeschrieben, wenn ich natürlich aber sowas jetzt merke, insgesamt von wegen, ich merke zum Beispiel, okay, meine Performance, wie liegt die Performance insgesamt, leicht aufwärts, aber ich wüsste zum Beispiel, die meisten Setups hätten ja trotzdem richtig gehauen, also weil ich für die nächsten drei Monate sage, ich brauche einfach wieder einen Ticken mehr Mut zum Beispiel, einfach bloß ein Stückchen wieder mal eher reingehen, wieder da mit ein bisschen mehr Mut agieren zum Beispiel, weiß ich dann, oder was hatte ich dann damals gehabt zum Beispiel, muss ich mal überlegen, das heißt schon früher, mir oft aufgeschrieben, ich hatte früher, was hast du früher für große Probleme, was wirklich bei mir immer sehr einschneidend, aber wartet mal, eine Sache genau, eine Sache, die früher bei mir zum Beispiel sehr einschneidend war, weil es mir gerade einfällt, ist, wenn eine Position gegen mich gelaufen ist, habe ich ab und zu die Position im Verlust zum Beispiel noch ausgebaut und jetzt natürlich folgendes, das habe ich mir auch trotzdem alles ins Trading-Tagebuch immer reingeschrieben und wenn du natürlich dann irgendwann so ein kleines das Revue passieren lässt und du liest irgendwie so 20 Mal liest du irgendwo von wegen der Position im Verlust ausgebaut, dann siehst du irgendwie von wegen, wie groß du gerade, was für eine Summe du verloren hast, wenn du das natürlich 20 Mal liest, irgendwann macht es dann im Kopf, man klickt von wegen, okay, ja, soll ich vielleicht mal lassen zum Beispiel, oder genauso wie jetzt, so letztendlich mal wahrscheinlich, okay, na gut, die Setups passen allesamt, bloß der finale, finale E-Tiefelchen fehlt mir manchmal, vielleicht soll ich einfach trotzdem da auch schon mutig sein und da schon das Setup zum Beispiel mitnehmen für die nächsten paar Monate, ich würde das auch sinnvoll wieder geben und natürlich die ganze Zukunft ist klar, wisst ihr, das ist natürlich die Idee von diesem Trading-Tagebuch insgesamt, die man da verfolgt und ich weiß nicht genau, wie es dann natürlich, was dann bei euch so weiterhilft letztendlich, aber da werdet ihr quasi, wenn ihr sowas macht und ihr tut quasi selber euch ein Trading-Tagebuch erstellen, werdet ihr Stück für Stück schon merken, wohl genau liegen dann zum Beispiel eure Fehler und daraus könnt ihr natürlich dann Regeln machen oder auch zum Beispiel, was läuft richtig gut und daraus macht ihr quasi eine Regel, zum Beispiel die Sache mit diesen Verlustsachen, deswegen habe ich ja die Regel drin von wegen nicht mehr als drei Verluste, weil ich habe einfach gemerkt, okay, wenn ich drei Verluste in Folge mache oder vier zum Beispiel, dass ich dann auch gleich sieben, acht Verluste in Folge mache, da ist okay, na gut, irgendwo musst du einfach abcutten und fertig zum Beispiel, daher kommen die Regeln mit den drei Verlusten maximal in Folge zum Beispiel, oder was habe ich noch für eine Regel zum Beispiel, das mit diesem Risk-Management von wegen bloß 0,5 bis 1% vom Depot ungefähr oder 0,4 bis 0,8 habe ich meistens zum Beispiel drin, bloß riskieren, woher kommt das? Ich habe früher zum Beispiel, ganz am Anfang, habe ich ja über K.O. Zertifikate gehandelt, da habe ich meistens ungefähr so 10% Depotwert quasi in den K.O. Zertifikat reingesetzt, aber zum Beispiel ohne Stop-Loss einfach gehandelt, das heißt, wenn ich einen Verlust gemacht habe, habe ich auch direkt 10% Drawdown gehabt, ist natürlich total bescheuert, aber früher habe ich dann halt auch gelernt und quasi aus diesem Trading-Tagebuch heraus, da kann man quasi meine Regeln oder halt, wie Sandra hat gesagt, das Regelwerk letztendlich. Deswegen, ich tue es mal an jeden auch da appellieren auch, auch wer es dann im Nachhinein nochmal anguckt, also Trading-Tagebuch tut euch auf jeden Fall da eins anlegen. Inwiefern ihr das aufbaut, ist natürlich nochmal die andere Frage. Für mich zum Beispiel hat es bloß geholfen, aufzuschreiben, welchen Index ich handele oder wenn es jetzt zum Beispiel eine Aktie ist, welche Aktie handele ich gerade zum Beispiel. Da vor allem dann noch die Unterteilung zwischen US-Markt oder deutsche Aktien und so weiter und so fort quasi. Dann quasi wie bei der Stop-Loss-Werk, Take-Profit und so weiter und so fort. Weil ihr werdet auch merken, wenn du zum Beispiel dir 100 Trades im Nachhinein quasi anschaust und du merkst irgendwie, 50 Trades liefen relativ gut und 50 total Käse. Und dann merkst du zum Beispiel bei den Trades, die gut liefen, hast du vielleicht immer ein Chancenrisikofeld, das ist ein CRV, tue ich jetzt immer mal abkürzen, bloß hast du quasi immer ein CRV vielleicht von 2 gehabt. Damit bist du ganz gut gefahren und bei den anderen 50 Trades hast du vielleicht immer auf ein CRV von 5 gehandelt oder so oder keine Ahnung und damit hast du quasi immer auf den Sack bekommen. Das ist natürlich für dich auch eine wichtige Lektion dann quasi, wie du da quasi einen nächsten Sprung für dich schaffst. Du sagst, okay, na gut, vielleicht liegen dir die CRVs von 5 gar nicht, sondern vielleicht lieber bloß ein 1,5 bis 2er CRV. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Ich tue ja viel nach CRV von 2 handeln, vielleicht auch so 2,5 manchmal habe ich auch noch oder 1,5 plus, aber sowas um die 2 herum, das liegt mir zum Beispiel ganz gut. Kommt auch daher, weil ich das bei mir im Trading-Tagebuch quasi gebacktestet habe. Sage ich mal, welche CRVs liegen da für mich ganz gut oder auch diese Punkte, wie weit tue ich meinen Stop-Loss und sofort wegsetzen. Das habe ich alles bei mir aus dem Trading-Tagebuch quasi rausgeholt. Ich habe früher zum Beispiel, ich habe zum Beispiel in dem Videokurs habe ich es auch mal erzählt gehabt, ich habe früher habe ich CRVs zum Beispiel gehandelt von wegen 30 Punkte Stop-Loss und 30 Take-Profit habe ich früher zum Beispiel gehandelt. Ging für mich nicht auf nachhaltig zum Beispiel. Ich habe auch zwischendrin 40 und 40 gehandelt im Stop-Loss- und Take-Profit-Bereich. Hat auch nicht geklappt. Dann bin ich auf den Clou gekommen zum Beispiel, dass meine Position meistens bis zu 25 Punkte im Schnitt 25 Punkte gut laufen und danach nicht mehr ganz so stark sind. Vielleicht habe ich auch gesagt, okay gut, wie wäre es, wenn ich bei 20 oder 25 Punkten einen Take-Profit setze? Und das ist natürlich dann gepaart mit einem CRV von bestenfalls vielleicht 2, bin ich halt dann dabei rausgekommen, dass ich plötzlich 15 Punkte Stop-Loss öfters habe und die 25 Take-Profit, genau daher kommt das zum Beispiel. Jetzt mal bloß als Kurzfassung die Story. Das kommt alles bei mir aus dem Trading-Tagebuch raus. Deswegen auf jeden Fall bitte jeder, der das ernst nehmen möchte auch, tut bitte euch alle Trading-Tagebuch irgendwie anlegen. Ich habe da bei mir in so einem Mac-Guides, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch in der Stadt überhaupt kennt, habe ich mir irgendein Notizheft da für 2 Euro oder sowas geholt und da tue es halt quasi jeden Tag muss deine Trades mitschreiben und dann musst du irgendwann mal Revue passieren lassen das alles und mal ein bisschen anschauen, was genau hat geklappt, was halt nicht und da werdet ihr wirklich über euch selber ganz viel rausfinden letztendlich. Und genau. Und übrigens, das Trading-Tagebuch hat auch noch einen anderen Vorteil bei mir gehabt, bloß mal so als Randnotiz. Ich habe früher an manchen Tagen habe ich auch so 20, 25 Trades gemacht. Jetzt aktuell tue ich bloß noch 5 Trades machen. Was war einer der Faktoren dabei? A, erstmal, ich habe ein bisschen mehr Coolness bekommen im Markt, deswegen bin ich ein bisschen ruhiger insgesamt und B, denkt ihr, ich habe Bock abends mich hinzusetzen und 25 Trades oder sowas aufzuschreiben oder tagsüber die ganze Zeit 25 Trades mitzuschreiben? Na, eher nicht. Hat ja gar keiner Bock drauf. Entsprechend hat das mir auch geholfen. ein paar Trades direkt schon quasi so auszufüllen und bloß noch ein paar cleanere Dinger insgesamt mitzunehmen. Weil ich habe nicht mal so viel Bock auf diese ganze Schreibarbeit gehabt. Wisst ihr, wie ich meine? Auch das hat mir dann zum Beispiel viel geholfen. Deswegen Trading-Tagebuch immer bitte mitführen. Hilft euch beim Risk-Management, bei Regeln aufbauen, bei Strategien finden vielleicht, bei allen Sachen insgesamt. Okay, das haben wir natürlich ganz schön einen Umweg gemacht. Die Frage war eigentlich bloß, ob ich ein Regelwerk habe. Aber gut, passt es weit. Ich hoffe, ihr könnt etwas trotzdem mitnehmen zu diesem Trading-Tagebuch, was da so ein bisschen die Funktionen insgesamt sind, was daran, was das bringt, wo es mir zum Beispiel weitergeholfen hat, ist ja auch immer wichtig. Ihr werdet, denke ich, ich bin mir nämlich sicher zu 90 Prozent, dass ihr quasi genau dieselben Erfahrungen durchleben werdet. Könnte ich echt drauf wetten. Ich weiß, wie gesagt, ihr, die jetzt schon Trading-Tagebuch führen, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt genau schon aussieht, sage ich mal. Also, wer es noch nicht bisher gemacht hat, glaubt mir, ihr werdet wahrscheinlich genau dieselben Entdeckungen über euch dann selber machen. Von wegen, was genau für ein Chancen-Risikoverhältnis passt zu mir, welche Setups passen eher zu mir. Ist das vielleicht eher doch, bin ich so ein Trend-Folgetyp, weil das die Setups gut passen oder bin ich eher so ein Reversal-Trader vielleicht. Das werdet ihr alles aus diesem Trading-Tagebuch rausfinden. Glaubt mir. Also, das mit den 10 Prozent Verlust kenne ich auf jeden Fall. Ja, stark. Okay, ja genau, das war das Wichtigste aus der ganzen Story, genau. Ja, das gerade dazu, ne? Mit dem Trading-Tagebuch. Genau, und ich werde das Trading-Tagebuch, ich werde das mit dem Trading-Tagebuch anfangen. Ja, genau, Alex, ist auf jeden Fall mega wichtig. Was haben wir noch so? Meine größte Erkenntnis ist gleich niemals den Stablos vergrößern. Ja, das ist auch was ganz Wichtiges, Tatsache. Genau. Sagen wir noch so, ich schreibe mir immer wieder die gleichen Fehler auf und mache sie wieder. Naja, okay, aber irgendwann hast du gemerkt, was schon mal dieselben Fehler sind. Das ist schon mal die halbe Miete, sage ich mal, ne? Und jetzt, was mir früher dann auch geholfen hat übrigens, bei mir, weil du es gerade reinschreibst, Bernd, ich hatte das auch relativ ähnlich, gerade von wegen, ich habe dann gemerkt, okay, den Fehler mache ich öfters, ne? Und was ich dann gemacht habe ist, okay, was bringt es mir, wenn das Trading-Tagebuch, das liegt bei mir jetzt hier so ungefähr so Armlängen weit weg. Das heißt, wenn ich gerade handele, gucke ich dort nicht rein, letztendlich, ne? Was ich dann gemacht habe, ist diese Sachen, die ich immer wieder aufs Neue gemacht habe, habe ich mir quasi auch so einen kleinen, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen hier, diese, wie heißen diese Zettel, irgendwie so, Klebezettel nenne ich sie einfach jetzt mal, ihr wisst, wie ich die meine, diese Teile halt, da habe ich mir quasi die Sachen draufgeschrieben und habe die mir unten bei mir am Monitor angeklebt, quasi da, wo ich die, genau, Post-Dinger heiße, genau, und da quasi, wo ich straight auf dem Monitor habe ich die mir unten rangehangen, letztendlich, ne? Und, eins habe ich bei mir noch hier dran, passt mal auf, eins steht bei mir jetzt hier noch dran mit, das sieht man jetzt hier nicht, immer mit Stop Loss, immer mit Stop Loss steht hier zum Beispiel mit dran, das ist noch von früher halt zum Beispiel, Habe ich mir gerade einen Monitor angeklebt, dass ich da quasi immer auch Intraday, den Reminder zum Beispiel habe, ne? Macht das vielleicht auch mal, da habt ihr eure Fehler, die ihr sonst gemacht habt, immer mit dem Blick oder tut euch da eure Regeln ganz in drei, vier Wörtern plus aufschreiben, aber schreibt dann zum Beispiel, ich habe dann früher mir sowas aufgeschrieben, wie zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass Trendfolge mir zum Beispiel liegt, da habe ich mir aufgeschrieben, nicht gegen den Trendhandeln, doofi zum Beispiel, solche Sachen, weißt du, das merke ich mir dann natürlich ein bisschen besser, als wenn ich mir aufschreibe, handeln nur noch mit dem Trend, ja, klasse, gut, juckt mich jetzt nicht, hat das mein Lehrer gerade geschrieben, ja, nee, ich will das ja, wenn ich mir das quasi so ein bisschen aus Spaß überspitzt, selber aufgeschrieben habe, quasi mit doofi oder irgendwas so am Ende noch zum Beispiel, das hat mir dann geholfen, einfach das besser zu merken, ne? Das hat zumindest mir geholfen, weiß ich, ob es an euch auch helfen könnte, aber das plus so auch am Rande, ne? Das habe ich zum Beispiel früher gemacht, die Dinger dann mir an den Monitor ran gehangen, hat mir geholfen, ja, genau. Okay, soweit quasi dazu, okay? Genau, was hat man noch gehabt? Weiß nicht, Alex, warte mal, ich hatte irgendwie so, Max hatte noch, glaube ich, einmal gesagt und Alex, genau, was man mit, was man nach Verlusten macht, na gut, nur seinen Systemkreis nochmal weiter traden erstmal, ne? Wenn du weißt, dass sein System langfristig Sinn ergibt, tut er einfach weiter traden insgesamt, ne? Wartet mal, übrigens zu diesem System insgesamt, ich tue aktuell hier so, ups, ich tue ja hier so ein paar Backtests aktuell machen, da werde ich euch auch paar Systeme demnächst noch ein bisschen mehr mit in der Hand geben, zum Beispiel, Ich bin das noch Stück für Stück so alles am Backtesten, gerade hier so schön oldschool noch hier per Hand und so, so eine Excel-Tabelle, da gibt es auch diese Phasen, wie wir jetzt hier drin sehen können, ne? Die irgendwie zwischendrin hast du hier richtige Drawdowns mit drin, oder hier mal hast du teilweise so ein bisschen die Seitwärtsphasen, Drawdowns-Sachen insgesamt, aber du quasi weißt, dass du das langfristig trotzdem noch Profit machst, einfach weiter handeln, alles, ne? Also die Strategie, zum Beispiel, was jetzt hier zum Beispiel die Idee dahinter ist, dann werde ich euch dann demnächst auch über die Webseite dann an die Hand mitgeben, ne? Genau, dass ihr das bloß auch dann im Blick habt, da können wir vielleicht auch noch einen Ticken wieder Coolness, mehr Coolness quasi haben im Markt, ne? Genau, soweit quasi dazu. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, was der Bernd mir geschrieben hatte nämlich, warte mal, was wir da für ein Problemchen hatten, genau, hey Chris, vielleicht kannst du am Freitag ein bisschen was zum Trade Management sagen, genau, gefühlt werde ich, nachdem ich eine Halbposition bei 20 bis 25 Punkten im Plus geschlossen habe, mit dem Rest immer per given ausgestoppt, heißt, ich brauche schon mal zwei Gewinner, um einen Loss auszugleichen, aus CRV-Sicht echt beschissen. Okay, das heißt, du hast, also Bernd, wenn ich das richtig verstehe, du hast quasi viel, hast du auch so 20 Punkte Stop Loss, schätze ich mal, oder 25 Punkte Stop Loss, und, oder wie, wenn du, Bernd, wenn du ganz kurz nochmal reinschreiben kannst, wie weit hast du meistens deinen Stop Loss, wie weit hast du meistens deinen Take-Profit weg, da können wir da ganz gerne drüber sprechen, genau, Stop Loss meistens 15 bis 20 Punkte, okay, und wie weit hast du meistens deinen Take-Profit dann weg? Mal gucken. Weil ansonsten Take-Profit meistens 30 bis 40, aber kommen fast nie hin. Okay, das ist natürlich auch eine, ist auch schon mal zumindest eine, ein Learning, sage ich mal, wenn man da, wenn die Setups meistens nicht ganz so weit auch laufen, das ist auch schon mal wichtig, wie gesagt, ich habe ja früher auch, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe ja früher auch auf 30 und 40 Take-Profit gehandelt und bin da nicht oft hingekommen, zum Beispiel, da können wir mal überlegen, das klingt da relativ, ich sage mal, es klingt ähnlich wie, zumindest erst mal bei meinem System, relativ ähnlich, was vielleicht Sinn macht, dass du, na gut, du tust dann die Hälfte raus, und ich bin natürlich immer ein Freund von wegen, dass man mal die Hälfte erstmal rausnimmt, ne, was dann vielleicht Sinn machen würde, ist, man muss mal direkt dann immer auf Setup gucken, warte mal, wie kann ich das jetzt hier alles löschen? Ach, kann ich einfach zurück machen, ja alles. So, na, das war Mist. Können wir mal, müssen wir mal überlegen, genau, aber die 15 Stop-Loss brauche ich auch, sonst werde ich noch öfter ausgestoppt. Okay, na gut, das ist ja schon mal in Ordnung, das ist quasi 15 Stop-Loss, die können wir erstmal lassen, und dann scheinen sie halt auch so zu klingen, als würden die meisten Trades auch wirklich anlaufen, tatsächlich, und dann nach 20 oder 25 Punkten tust du quasi Gewinne mitnehmen, und dann quasi wird es trotzdem Break-Loss ausgestoppt. Was ich wieder gerade frage, ist natürlich, wenn du zu 20, 25 Punkten vorne bist, oder was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, ich tue ja meistens, wenn ich so 10 bis 15 Punkte vorne bin, tue ich ja meistens schon eine Hälfte wieder rausnehmen, weil ich habe ja meistens so 25 Punkte Take-Profit ungefähr drinnen, das heißt, da tue ich auch eine Hälfte rausnehmen, aber was ich dann anschließend mache, ist, häufig zumindest, tue ich ja relativ, ja früher, oder ich würde da relativ aggressiv, dann auch noch ein Stop-Loss nachziehen, irgendwie sowas, was ich dann immer probiere, ganz simpel gesagt, einfach bloß, wenn wir jetzt irgendeine Bewegung haben, zum Beispiel, wir laufen jetzt hier runter beispielsweise, wenn du zum Beispiel jetzt hier irgendwie haben wir so einen Boden, dann laufen wir so einen Ticken nach oben erstmal bloß, ne, angenommen jetzt bloß mal so als Paper-Trade, geht man jetzt hier irgendwo vielleicht gerade long rein, hier hat man den Anfang Stop-Loss und hier oben dann wieder so ein Take-Profit zum Beispiel, ne, was ich dann wirklich häufig mache, ist, zwei Sachen, A, sobald wir jetzt weiter hochlaufen, hier kommt dann zum Beispiel eine Halbpositionsgröße erstmal raus, das passt soweit, das passt bei dir auch alles noch, sobald wir jetzt einen minimalen Rückschlag, meistens ist es ja nicht so, dass wir jetzt so hier wieder runterlaufen, das ist ja eigentlich eher selten, sage ich mal, ne, was man ja meistens hat, ist von wegen, dass man mal bloß hier so einen Ticken korrigiert, bevor man vielleicht anfängt, jetzt hier so rumzueiern und dann wird sich meistens erst entscheiden und zumindest ist das so meine Meinung, dass man erst ein bisschen rumeiert und dann wird sich entscheiden, ob man doch hochzieht oder dann halt doch hier diesen nach unten runter schießt. Was ich dann ganz gerne mache, ist dann quasi von hier aus, den Stop-Loss, der jetzt auf Break-Even liegen sollte, ja, schon jetzt hier auch nachziehe, das heißt, natürlich auch Stück für Stück schon was auch mitnehmen. Warte mal, was haben wir 14.30 Uhr? Ah, genau, gerade eben kam ja hier die wöchentlichen Arbeitslosen-Sprüche und BIP von USA kam gerade raus, ne? Also mal ganz kurz, wir gucken mal ganz kurz auf den DAX drauf. Kurz mal 30 Punkte hochgezogen, zumindest, okay. Na gut, geile Kerze, ja. Okay, sorry, ich lasse mich ablenken hier von den anderen Charts. Ne, aber was ich ja ganz gerne mache, ist einfach auch mit der zweiten Hälfte dann irgendwann so bloß nachziehen oder sogar tue ich manchmal auch relativ zeitnah, wenn wir jetzt, wie so zum Beispiel jetzt der Anfang seitwärts zu laufen, tue ich da zum Beispiel die nächste, von der Hälfte die Hälfte wieder rausnehmen und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Dass ich ja quasi versuche, immer Stück für Stück immer wieder mehr abzuhamstern. Zu sagen irgendwann bloß noch, dass ich den Stop-Loss komplett bloß noch hier unten lasse letztendlich und dann ist es jetzt quasi ein Stein gemeißelt von wegen, okay, Break-Even oder Gewinn, das mache ich halt wirklich nicht, ne? Sondern ich tue immer irgendwo so einen Ticken, dann vielleicht hier ein bisschen was mit Absichern, immer dann fünf Punkte absichern oder vielleicht dann hier oben bis zu zehn Punkte absichern oder halt mal eine Hälfte hier oben wieder die nächsten, zum Beispiel, wenn wir dann fünf Lots wieder mal rausnehmen oder sowas in die Richtung weißt du. Und diese kleinen Sachen habe ich zum Beispiel auch bei mir gemerkt, macht über lange sich natürlich auch einen großen Unterschied tatsächlich. Ich habe das früher nämlich, habe ich das nicht gemacht, da habe ich das auch genauso gehabt wie du tatsächlich, witzigerweise, von wegen, dass ich dann viel Break-Even ausgestockt wurde. Zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, diese eine Phase, die ich zwischendrin mal drinnen hatte, wo ich auf 30 Punkte Stop-Loss und 30 Punkte Profit gehandelt habe, habe ich das auch sehr häufig so gehabt, von wegen, die Position läuft ganz gut für mich. Dann tue ich ein Stop-Loss auf Break-Even nachziehen und dann, weil ich trotzdem Break-Even ausgestoppt, habe ich auch häufig gehabt und seitdem fange ich an, immer einen Ticken aggressiver, sage ich mal, habe ich dann angefangen, einfach Teilgewinne mitzunehmen und ich glaube, dass das wird dir schon helfen letztendlich am Ende. Ansonsten müsste man mal gucken, das wäre eine Sache, die ich erstmal als Idee hätte, von wegen Money Management mäßig was. Die andere Idee wäre, man müsste bloß genauer reingucken, wo genau die, wie genau deine Entries stattfinden letztendlich. Dass man da guckt, okay, warum genau zum Beispiel läuft die Position doch nicht 40 Punkte los, zum Beispiel. Oder warum läuft die dann bloß bis 25 Punkte zum Beispiel. Da müsste man eigentlich genau reingucken, was genau da die Setups sind. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt hier irgendwie lösen können gleich. Warte mal. Müsste ich dich zum Beispiel, wenn du Bock hast und du willst ein bisschen was erklären, kann ich dich auch jetzt hiermit zum Sprecher reinholen, wenn du Bock hast. Kannst du mal so ein bisschen was zu deinen Setups zum Beispiel erzählen, da kann man darüber nochmal sprechen, zum Beispiel. Das wäre vielleicht eine Idee. Ansonsten hätte ich dir erstmal bloß super, danke auch Andreas. Okay, nee, nee. Ansonsten genau, kann ich das erstmal bloß auf den Weg geben. Vielleicht dann demnächst, du kannst noch mal probieren, ob es dir schon mal hilft, einen Ticken aggressiver, man teilgewinner noch mitzunehmen tatsächlich. Und wenn das nicht hilft, müsste man mal gucken, dass man an dem Setup selbst ein bisschen was ändert. zum Beispiel, was mir spontan einfallen würde, bloß mal als Idee ist folgendes, womit wirklich viele Probleme haben und was zum Beispiel auch dann den Unterschied zwischen unseren Performances machen könnte, ist folgendes, wir gucken uns mal zum Beispiel jetzt hier ganz normal, okay, ich habe jetzt drüben noch die random Dinger drin, pass mal auf, aber ist egal, wir gucken uns das mal, das jetzt hier an, wir haben jetzt mal folgende Idee, wir haben jetzt zum Beispiel irgendwie eine Aufwärtsbewegung insgesamt, deswegen habe ich jetzt, und jetzt tun wir gerade hier ein bisschen korrigieren, so runter, deswegen jetzt hier tun wir die 490s drübersetzen mit der Idee von Wegen wieder so Impuls, Rücksetzer, Impuls, Muster insgesamt. Das ist immer so eine Grundidee, sage ich mal, die ich zum Beispiel habe oder sehr gerne umsetze. Was einen sehr, sehr großen Unterschied macht, ist bloß folgendes, bloß mal als Idee, wenn wir jetzt hier runterlaufen, passiert folgendes, und wir sind jetzt in dem Bereich hier drin und jetzt fangen wir an mit dem Kurs zum Beispiel, hier vielleicht eine erste Hammerkarte zu bilden zum Beispiel, okay, das soll jetzt hier eine Hammerkerze sein, ich glaube, das kann man trotzdem ein bisschen sehen. Okay, und dann vielleicht anschließend haben wir jetzt hier direkt noch so eine Kerze. Was bei vielen tatsächlich der Fall ist, ist, dass die erst quasi diese Kerze hier drüben quasi kaufen. Das ist halt eher ein bisschen ungünstig, weil da hast du natürlich einen weiteren Stop-Loss und geringeren Tech-Profit insgesamt. Was mir zum Beispiel sehr hilft oder was ich immer versuche, ist, dass ich quasi versuche, beim ersten Anzeichen einer Ideebestätigung oder einer Signalbestätigung, dass ich ja beim ersten Anzeichen schon versuche reinzugehen. Sprich zum Beispiel, was ich dann, das hört ihr auch öfters mal beim Trading-Pro, von wegen, ja, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, hatten wir es gestern eigentlich, ich weiß nicht, ob wir es gestern auch mal hatten, aber was dann auch öfters mal hört, ist sowas wie von wegen, ich bin zum Beispiel longig grundsätzlich, dann sage ich sowas wie von wegen, wenn jetzt die Kerze vom Rot wieder ins Grüne dreht, gehe ich sofort long rein, zum Beispiel. Das heißt, ich bin direkt dann quasi versuche, diesen Punkt jetzt hier schon zu longen mit engen Solos hier unten drunter und nicht erst dann die nächste Kerze noch irgendwie sowas abzuwarten. Das ist eigentlich die Idee, die ich dann verfolge. Beim ersten Anzeichen einer Bestätigung gehe ich dann schon rein, zum Beispiel. Das hat mir auch früher sehr geholfen, weil ansonsten passiert nämlich folgendes, dass du quasi der Bewegung ein bisschen hinterherläufst und da tust du dich ja quasi wirklich doppelt bescheißen, sage ich nur auf Deutsch, von wegen, du hast anstatt 10 Punkte Stop-Loss, hast du plötzlich hier oben 15 Punkte Stop-Loss und anstatt zum Beispiel von hier unten ausgehend vielleicht 30 Punkte Take-Profit, hast du jetzt hier oben bloß noch so 25 Punkte oder sowas Take-Profit. Das heißt, du hast quasi doppelt schlechteres CRV, weil du weniger Gewinnchancen hast, aber mehr Verlustchancen auch noch. Und das war bei mir früher auch ein ganz großer Knackpunkt übrigens, zu sagen, okay, ich habe eine Idee, sobald irgendwer das allererste Anzeige kommt, sofort gehe ich rein. Wisst ihr, wie ich meine? Und vielleicht ist das sogar, Bernd, was dir sofort auch helfen könnte. Ich weiß nicht genau, wie deine Selbst wie gesagt aussehen, aber wenn du zum Beispiel auch sowas mit den Impuls-Sachen machst, zum Beispiel, wie ich es groß handhabe, ist das zum Beispiel ein Knackpunkt, wo ich sage, okay, vielleicht hast du demnächst, vielleicht wirst du merken, dass du demnächst bloß noch, anstatt 15 Punkte wirst du vielleicht demnächst bloß noch im Schnitt, sage ich mal, vielleicht bloß noch dann 12 Punkte plötzlich brauchen. Und aber nach oben bist du halt zum Beispiel dann schon mal 25 Punkte im Plus plötzlich. Die läuft vielleicht trotzdem noch weiterhin ganz gut und da sieht es natürlich ein ganz Stückchen besser gleich aus. Weil es wohl jetzt nicht auch folgendes, wenn du sagst, du hast 15 Punkte Stop-Loss, die Position laufen meistens 20 Punkte. Na gut, unterm Strich müsste eigentlich trotzdem noch ein bisschen was zumindest hängen bleiben, sage ich mal, am Ende. Von daher, das darf dann auch passen und vielleicht mit so einer kleinen, das so als kleine Verbesserung da, dass man den Ticken schon mal eher in den Einstieg findet, das könnte, denke ich, da ganz gut helfen. Insgesamt, genau. Genau, bei Entries merke ich auch öfter, dass ich da besser reinkommen könnte. Ah, genau, okay, hast du reingeschrieben, okay, jetzt sehe ich es erst gerade, genau. Das war auch bei mir früher, das hat mir wirklich geholfen. Da ist auch, kommt wieder zum Beispiel aber auch auf den Mut zurück, was ich vorhin meine, zum Beispiel, was ich zuletzt, wie gesagt, für ein bisschen ein Problemchen habe, dass mir manchmal auch mir dieser letzte Mutstück fehlt. Wir haben es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir es die Woche jetzt auch ein paar Mal gesehen haben, wenn ich ehrlich bin, aber wir haben es natürlich auch die Woche ein paar Mal gehabt schon, wo ich irgendwie ein Setup gehabt habe und dachte so, komm, wie wäre es, wenn wir vielleicht noch mal, vielleicht noch den Ticken jetzt hier ganz klein noch ein Ticken runterlaufen könnten und plötzlich was ist passiert, na gut, wir laufen hier runter, aber dann vielleicht wirklich mal mit einer starken Kerz zum Beispiel runtergelaufen und dann bin ich nicht reingegangen, obwohl die Idee dann doch hier genauso aufgegangen wäre, zum Beispiel, habe ich jetzt, das ist natürlich die Woche schon ein paar Mal jetzt gehabt, vielleicht ein, zwei Mal oder sowas, keine Ahnung und ja, da braucht man diesen gewissen Mut noch natürlich, das gehört auch dazu, aber das ist eine Übungssache, das kriegst du auf jeden Fall auch hin, genau. Okay, es hat kein Problem mehr, was ich gerade gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Okay, egal. Okay, gut, hätten wir das quasi hoffentlich auch. Das hilft, genau, stimmt, genau so, eine Situation war auch auf deinem Instagram vor ein paar Tagen. Genau, alles, genau, war es, genau bei diesem Trading Room Account meinst du, genau in so einem Video, das stimmt, was haben wir noch so, genau, das hilft schon mal, kannst du die von dir genannten 1 Plus Einstiege noch weiter erläutern, so was noch zu beachten wäre. Da kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, warte mal, also tun wir vielleicht mal so einen anderen Chart raus, suche ich durch zum Beispiel mal ein, ich habe heute bisher einen einzigen Trade gemacht, okay, und das war genau so ein Setup, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt Schulnoten verteilen würde, würde ich jetzt hier eine 1 geben. Und zwar, was die Idee ist, wir müssen als Grund, Idee bloß noch mal ganz kurz, wenn wir nach Charttechnik handeln, dann tun wir quasi bloß nach Wahrscheinlichkeiten insgesamt handeln, okay? Das heißt, wir suchen uns irgendwo, ich würde jetzt mal hier einen Minutenchart aufmachen, wir suchen quasi irgendwo diese Bereiche, wo wir quasi eine höhere Wahrscheinlichkeit als zumindest mal 50% haben, dass wir damit erfolgreich haben. Bestenfalls finden wir irgendwo Bereiche, wo vielleicht, das heißt, oder was es jetzt in der Praxis für uns eigentlich heißt, es soll umgangssprachlich gesagt, heißt das bloß, ich will, wenn ich jetzt irgendwo long gehen möchte zum Beispiel, will ich nicht bloß ein Signal haben, was auf long hin deutet, sondern bestenfalls drei, vier oder 5000 Signale haben, die auf long hin, na gut, das ist natürlich übertrieben, okay, aber ich will nicht bloß ein Signal haben, was auf long hin deutet, sondern vielleicht so drei, vier Signale, die auf long hin deuten. Wenn das der Fall ist, dann kann ich sagen, okay, guck mal, drei, vier Sachen deuten möglich auf long hin, das Signal werden wahrscheinlich auch andere irgendwo sehen, eins von den ganzen Sachen, die ich vielleicht im Blick habe, vielleicht irgendwas mit dem Trace-Me-Level zum Beispiel, das werden auch vermutlich andere im Blick haben, entsprechend kommt dann ein gewisser, kommt dann ein gewisser Geldfluss, denke ich schon, in den Markt zusammen, der da vielleicht auch wirklich die long Idee bestätigen könnte. Heute hatte ich bisher genau ein einziges so ein Setup, und zwar, ich zeige euch mal ganz kurz, genau dieser Punkt hier als long Setup, und ich zeige euch mal ganz kurz, warum genau das für mich so ein top Setup war. Passt auf, es kommen jetzt mehreren Faktoren zusammen, und ich denke, Frank, da kannst du auch einiges mitnehmen, passt auf. Und zwar, eine Sache, die ich gehabt habe, natürlich, ganz simpel, das Opening-Niveau. Ihr wisst, Cetra-Opening-Niveau, US-Opening-Niveau und so, für mich mag keine Sache, ich sage ja ganz gerne, solange wir oberhalb des Opening sind, ist für mich der Kurs, in der Summe ist im Plus erstmal, das heißt für mich, unterm Strich, eher bullig zu werden, solange wir unterhalb des Opening-Niveaus sind, ist das für mich eher bärig zu werden. Und deswegen, aufgrund von dieser Idee, bloß sage ich mal, in Kurzfassung, tue ich es ja ganz gerne, als Support und als Widerstand nutzen. Jetzt folgendes, das heutige Opening-Niveau lag jetzt hier, quasi bei, ups, falsche Kerze, quasi bei der Kerte, jetzt auf diesem Level hier, jetzt mit grau markiert, bei dieser grünen Kerze hier unten. Okay, das heißt, solange wir oberhalb des Opening-Niveaus sind, sage ich, bin ich erstmal grundsätzlich ein bisschen bullig, solange wir unterhalb sind, bin ich eher bärig. Jetzt folgendes, pass auf, wir gucken uns mal genau diesen Punkt, wie gesagt, hier drüben an. A, was wir jetzt auf den ersten Blick sehen, ist, wir tun jetzt scheinbar das Opening-Niveau von oben erstmal antesten. Okay, eine Zutat schon mal, sage ich, okay, wie gesagt, das Opening-Niveau ist für mich als Support, als Widerstand gültig, fast zu weit. Okay, eine Zutat haben wir quasi schon. Die andere Zutat ist folgende, ich habe gesehen, dass wir zuletzt von dem Verlaufstiefs hier unten, von den Tagestiefs, doch ein wunderschön, guckt euch schon mal diese Bewegung hier oben an, das ist auch wirklich eine ganz kurz, aber sehr starke Bewegung. Irgendwann sprach ich, nennen wir das auch jetzt Impuls oder halt in der Chart-Technik nennen wir das Impuls. Und ihr wisst, wie gesagt, okay, Impuls, Rücksetzer, Impulsmuster, sprich genau, Impuls, Rücksetzer, nächster Impuls, Rücksetzer, nächster Impuls, und so weiter und so fort. So bewegt sich doch quasi genau der Markt. Das heißt, was ich jetzt für eine Idee hatte, ist, von wegen kommen, wie wäre es, wenn wir jetzt von hier unten gerade diesen Impuls hatten. Und jetzt kamen wir gerade aktuell, sprich, das ist jetzt so ein Impuls, also diese Bewegung hier, ist quasi diese Bewegung hier. Und dieser Rücksetzer hier könnte mit größerer Wahrscheinlichkeit hier oben jetzt im Schema einzeichnen, nach dem Retracement-Level letztendlich. So, ich jetzt hier entsprechend jetzt analog auf den Chart übertrage, was quasi die Retracement-Level habe ich jetzt von hier unten angelegt, bis jetzt hier hochgesetzt. Okay, da sage ich, okay, guck mal, genau in dem Bereich hier und das Opening-Niveau ist auch so das 38er oder das 50% Retracement-Level. Irgendwas, eins von beiden liegen so nah sowieso beieinander. Ich sage mal, es sieht jetzt natürlich weit auseinander aus, das sind bloß sieben Punkte Differenz jetzt hier erst. Und so sage ich, okay, gut, das heißt, ich habe schon mal jetzt in derselben Zone, wo ich sowieso Support erwarten würde, nachdem wir quasi jetzt hier runterlaufen, hier erwarte ich, wie gesagt, Support auf dem Level, habe ich auch auf jeden Fall irgendwie die Retracement-Level schon mal in dem Bereich, die auch auf Support hindeuten, habe ich schon mal zwei Sachen, die auf Longhand deuten. Die andere Sache ist jetzt folgendes, da habe ich mir überlegt, naja, guck mal, wer sagt denn mir, dass jetzt die Retracement-Level wirklich richtig sind? Jetzt kommen wir quasi zu ein bisschen so einem Phänomen, was ich ganz gern Fibonacci-Cluster nenne. Dann habe ich gesagt, okay, na gut, guck mal, das ist natürlich jetzt der letzte Impuls, das stimmt natürlich, aber wie wäre es zum Beispiel, wenn ich auf 5-Minuten-Chart-Basis gehe, wie wäre es zum Beispiel, wenn ich die Retracement-Level von hier jetzt anlegen würde? Und jetzt machen wir es mal folgendes, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, pass mal auf, warte mal, ich mache das Schema hier oben auch mal rauslöschen ganz kurz. Das lasse ich mal grau und jetzt würde ich aber noch ein zweites Retracement-Level reinlegen, von jetzt wirklich den Verlaufstiefs hier unten bis zu den Verlaufshocksmal, wo ich sage, okay, guck mal, auch so ein Retracement-Level, ich muss mal vielleicht jetzt hier in schwarz mal machen, ganz kurz, okay, sag ich, okay, naja, wenn ich jetzt bloß mal das betrachten würde, würde ich auch Sinn machen, dass das jetzt insgesamt, diese letzte große Bewegung, ist der letzte große Impuls, macht ja auch irgendwie Sinn, aber auch das hier würde genauso gut Sinn machen, würdet ihr mir jetzt zum Beispiel jetzt im Chat schreiben, von wegen, ja, hier, guck mal, das ist ein Retracement-Level, egal, was ihr mir von beiden geschickt hättet, ich hätte gesagt, ja, macht Sinn, passt, da habe ich auch so einen Chart drin, alles endlich. Es passiert folgendes, nämlich, guckt euch mal jetzt hier oben den Bereich an, da, wo ich jetzt quasi, passt auf, ich tue mal mit Grau jetzt so ganz kurz hier diesen Bereich von vorn markieren, sprich zwischen dem Retracement-Level und dem Opening-Niveau und dem 15-Jährigen-Level hier unten, habe ich parallel dazu auch noch von der größeren Bewegung auch hier quasi gerade dieses Retracement-Level hier drin, das heißt, da habe ich quasi die dritte Sache gerade, die auch jetzt hier noch auf Longhand deutet, okay, wisst ihr, wie ich das meine? Erstmal, das heißt, diese Konfluenz, diese Zone hier wird immer stärker und stärker, weil einfach mehrere Sachen hier auf Longhand deuten insgesamt. Und jetzt passt auf, die Trendfolge braucht jetzt ja eigentlich auch nicht gerade ganz so stark, die liegen natürlich jetzt auch mit hier in der Bereich drin, der 50er, okay, aber ich muss, wie gesagt, jetzt mal alles rauslöschen, das ist noch vielleicht noch so die vierte Zutat gewesen, aber was noch für mich wichtiger war, ich habe schon minimal vorher gesehen, dass wir auch sowieso jetzt hier schon mal Kaufkraft gesehen haben, seht ihr das? Weil dann habe ich jetzt quasi jetzt hier diese große Grauzone, da waren quasi so viele Sachen drin, die wirklich auf Longhand gedeutet haben, die meine Idee gestützt haben, neben zum Beispiel auch, dass wir im Stundenchart oder ich stelle mal jetzt hier den fünften, passen wir auf den fünf Minutenchart, haben wir sowieso die letzten Tage einen schönen Aufwärtstrend, das heißt, ich habe doch sowieso diese Longgrundtendenz gehabt und dann habe ich Intraday quasi genau, das war jetzt quasi dieser Punkt hier Intraday, quasi genau gefunden irgendwie als kleinen Rücksetzer, bevor der Trend weitergehen könnte, das quasi genau das fangen wir als 1 plus Setup, wo wirklich einige Sachen, eine Big Picture Idee, die ich habe, oder eine Stundenchart Idee eigentlich ist das dann gewesen, die ich dann quasi im Minutenchart zum Beispiel auch umsetzen könnte, weil ich weiß, okay, das ist genau so, was ich mit 1 plus Setup einfach plus meine, genau, was haben wir noch so, an deiner Startkerze gab es auch ein höheres Tief, du meinst dann das Ding hier insgesamt, das meinst du, das wäre sicherlich auch irgendwie zum Start vielleicht ein Setup gewesen, von wegen, dann tut man auch hier Deep Tracement Level irgendwie insgesamt so drüber setzen, sprich vielleicht von mir sowas, ist zum Beispiel auch so das Impuls, was meinst du noch, ein höheres Tief, ach so, hier unten das Ding meinst du, oder das hier, das hier ist ein höheres Tief, meinst du, ja genau, genau, das ist auch ein höheres Tief, das stimmt, ja ist vielleicht auch, wo man sagt, ja guck mal, wir haben es vielleicht so ein Aufwärtstrend, also ich jetzt hier sowieso schon bilden könnte, mit höheren Tiefs und höheren Hochs insgesamt, könnte vielleicht sogar auch noch dazu passen, hätte ich jetzt natürlich, wenn ich eigentlich nicht so im Blick, weil ich sowieso bloß meinen Impuls, Rücksetzer Impulsmuster im Tunnelmodus drin hatte, weißt du, wie ich meine, aber es ist natürlich auch noch eine Sache, die da auf Longhand gedeutet hat, klar, stimmt natürlich, hast du auch recht, genau, auf jeden Fall, das ist quasi das, wo ich sage, das sind wirklich die, für mich besten Setups, wo wirklich so einige Sachen auf Longhand deuten, weil ich dazu zum Beispiel sagen möchte, zum Beispiel diese Seitwärtsphasen, ich erzähle euch immer von wegen, Seitwärtsrange ist, finde ich blöd zum Handeln, hängt genau damit zusammen, weil da einfach nicht so viele Sachen aufeinander kommen können, die davon auch hindeuten, von wegen, was ich jetzt mit der Range machen muss, weil letztendlich, woraus besteht eine Range, eigentlich irgendwie bloß aus, eine Oberkante und eine Unterkante und fertig letztendlich, jetzt, da kann ich weder die Retracement Level nutzen, kann ich nicht wirklich machen, ich kann keine, weiß ich, die Verlaufs, die Verlaufssoßen natürlich, okay, daraus bestehen ja quasi Kanten, die kann ich natürlich nutzen, aber ansonsten, irgendwelche auch Trendsachen, kann ich dann nicht wirklich groß nutzen, wie die Trendfolge zum Beispiel, das heißt, bei Ranges habe ich eigentlich immer bloß ein Signal, was ich haben kann, und zwar die Support oder den Widerstand quasi, da gibt es vielleicht ein bisschen die Preisexion insgesamt, aber deswegen sage ich, okay, das finde ich einfach blöd zu handeln insgesamt, wisst ihr, wie ich meine, aber genau solche Sachen, deswegen finde ich, liegen mir auch die Trendsachen ganz gut, weil man da wirklich viele Faktoren mit Eimer finden kann, die dir das Signal geben können und vielleicht, das Wichtigste für euch war vorhin vor allem, oder interessant, vielleicht für einige Neues, dieses mit diesem Fibonacci Cluster, wo ich sage, okay, na gut, guck mal, das Retracement Level hier macht irgendwie Sinn, aber auch zum Beispiel natürlich, das Retracement Level hier unten macht auch Sinn, na gut, wenn ich nicht weiß, welches von beiden das Beste wirklich ist, weil das einzig wahre Retracement Level gibt es auch gar nicht, dann sage ich, okay, na gut, ich tue mir einfach beide einzeichnen und guck mal, wo beide sich überschneiden können, wisst ihr, wie ich meine, so die Idee von dieser Fibonacci, von der Fibonacci Cluster, was ich da habe, genau, das gehört dazu, genau, und wie würdest du denn jetzt aktuell im DAX analysieren, okay, Stand jetzt muss ich folgendes mal sagen, es ist natürlich ein bisschen tricky, weil wir haben gerade dieses News Event gehabt, okay, wir machen mal, wäre das News Event jetzt gerade nicht gewesen und der Kurs würde jetzt ganz normal plus so aussehen, okay, da würde ich sagen, na ja, guck mal, wir haben jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen diese, insgesamt hier, so eine Aufwärtsbewegung insgesamt und was wir jetzt gerade eben haben, scheint für mich auch im ersten, guckt euch mal an, wie jetzt, ich schau mal aus fünf Minuten schon wieder rausgehen, guckt euch mal bloß an, wie markant wir doch jetzt hier an den 15.600 gewesen sind und jetzt so eine Kerze, wie gesagt, das war natürlich gerade ein News Event, 14.30 Uhr, aber wäre das jetzt gerade kein News Event gewesen, dann würde das für mich danach riechen, erstmals hätte mir bloß so eine kleine, also wäre mir quasi jetzt so ein, als hätte mir so ein False Record nach oben jetzt plus, wo wir quasi nach oben nochmal drüber brechen, über dieses markante Widerstandslevel, die 15.600 auch als runde Marke vielleicht, das würde jetzt auf dem ersten Blick wirklich so aussehen, von wegen wir tun ein bisschen weiter korrigieren, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gerade eben haben wir natürlich ein News Event, das ist sowieso immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen, was ich jetzt zum Beispiel sehen würde, ist folgendes, der News Event Start, der war ja quasi jetzt hier in diesen Bereichen und jetzt im TraderFox ist natürlich das Wille vorzell, weil es ein bisschen doof aussieht, aber was ich jetzt bemerken würde, ist, sobald wir quasi hier dieses Tief von den, also quasi das Tief-Side News Event, wenn wir das unterlaufen, würde ich davon aussehen, dass wir erstmal ein bisschen weiter tiefer korrigieren können und da würde ich zum Beispiel so eine Erwartungshaltung von wegen, wir laufen, soweit wir jetzt quasi hier unter 15.580 zum Beispiel laufen, sind wir jetzt hier rechts drin, erwarte ich erstmal hier so eine Bewegung als nächstes. Das ist dann eine Sache, die ich im Blick habe, ansonsten vielleicht kann auch diese Sache jetzt hier unten auch erstmal plus so hier halten. Auf jeden Fall irgendwie so weiterhin long gehen, da muss man mal gucken vielleicht, ob man vielleicht sogar von den Tagestiefs ausgehen, jetzt bis zum Tageshoch dann Video Tracement Level anlegen könnte, in so eine Richtung müsste das dann gehen letztendlich. Sehen wir vielleicht dann hier unten zum Beispiel, dann hier so eine Konfluenzzone insgesamt, die wir im Blick haben könnten. Wir sehen aber vielleicht auch, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wo gerade das Tief jetzt hier liegt, denn Trader Fox ist das immer ein bisschen verzerrt, deswegen da das jetzt oben hier ein bisschen gerade mit Vorsicht genießen, aber zum Beispiel auch würde ich sagen, ja, wenn wir auch jetzt hier so eine schöne Konfluenzzone noch gerade drin sind, zum Beispiel. So ist das, was ich jetzt im Blick hätte dann. Wieso würdest du das jetzt nicht als Impuls und Korrektur sehen für einen Long? Wie gesagt, das Problem ist nämlich, wenn wir einen langen Aufwärtstrend haben und wir haben am Ende noch so eine ganz, ganz große Kerze dran, ist das meistens wie so eine kleine Übertreibung bloß noch. Das ist schwierig zu sagen. Für mich ein Impuls bestenfalls ist, wenn wir, ich sage mal, nur eine einzige Kerze, die irgendwie extrem weit hoch sticht und dann aber wieder korrigiert, ist für mich immer ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Weil wer weiß, was in der einen Kerze werden jetzt nicht wirklich viele Käufer reingekommen sein plötzlich. Weißt du, wie ich meine? Die Idee von dem Impuls ist eigentlich, dass wir, während wir hier hochlaufen, dass wir wirklich zum Beispiel immer mehr und mehr Käufer sammeln und das braucht einfach eine gewisse Zeit oder das braucht auch quasi eine gewisse Zeit auf den verschiedenen Preisleveln insgesamt letztendlich. Wenn wir natürlich bloß eine Kerze haben, die uns nach oben schießt, das ist natürlich ein Impuls. Da hast du recht. Eigentlich ist das jetzt nicht so ein Impuls, wo ich sage, ja, der wird jetzt nachhaltig gerade sein. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie ich ein bisschen den Unterschied meine insgesamt? Effizient einfach bloß drinnen, ne? Das ist ein bisschen der Unterschied. Deswegen sage ich, okay, das Ding, das wir jetzt hier mit einer Kerze bloß extrem nochmal, also verhältnismäßig, extrem jetzt hier nach oben schießen, riecht für mich bloß nach blöd irgendwelchen Ohr, das ist gefischt, kurz nach oben, bevor wir jetzt einfach wieder runtertröpfeln können. Weißt du, wie ich meine? Genau, deswegen. Ansonsten hast du natürlich recht, wir haben einen kurzen Zeitraum, wo wir wirklich eine starke Bewegung gehabt haben, ist ein Impuls. Da hast du natürlich recht. Genau. Einfach eine schlechte Qualität von Impuls. Ja, so kann man es dann vielleicht auch ausdrücken, ne? Ja, da würde ich wahrscheinlich so unterschreiben, tatsächlich, genau. Das ist so ein bisschen, deswegen, dass die Idee war, ansonsten klingt es natürlich gerade doof, ich tue auf das Impuls, so Impulsmuster tue ich immer Handeln, dann sage ich gerade eben von wegen, ja, das ist blöd, das Ding, aber es ist quasi dieser Sonderfall quasi gerade eben. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn das jetzt hier zum Beispiel, dann würde ich anstatt diese eine fette Kerze, hier hätten wir jetzt vielleicht sieben Kerzen, die wir jetzt hier so hochgelaufen wären, diese 40 Punkte oder so, das hätte ich gesagt, ja, easy Impuls, können wir tun direkt schon zum Beispiel jetzt die Verlaufsvorsätze hier als alten Widerstand, jetzt als neuen Support zum Beispiel nutzen. Und wenn ich auch jetzt dann hier die Retrace-Level hier so drüber gelegt, hätte ich jetzt quasi sowas hier genutzt, so ein Setup als Skype dann, ne? Aber da hätten es vielleicht jetzt hier nicht wirklich bloß eine Kerze sein müssen, die jetzt hier so hoch steht, sondern vielleicht mal sieben Kerzen oder acht oder zehn Kerzen, kein Plan. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre dann quasi ein Impuls in besserer Qualität, schätze ich jetzt mal, wenn wir es so nennen wollen. Genau, ich hoffe, das hat es ein bisschen klarer gemacht. Genau, soweit quasi dazu. Passend gibt es erst mal dazu noch mal Fragen zu irgendwelchen, zu so einem Setup mäßig oder wie gesagt, die Idee ist aber, die Confluence-Zone zu finden. Nur Confluence-Zone, ich weiß nicht, ob man bei Google viel zu so ein bisschen findet, wenn ich ehrlich bin, aber das ist die Idee dahinter. Confluence-Zone zu finden, die quasi unsere Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Treffer schaffen können, die wir quasi versuchen zu finden. Und zum Beispiel, was dann das Problem zum Beispiel abends manchmal ist, ist, dass ich quasi genau diese Confluence-Zone zwar irgendwo finde, aber die liegen halt einfach bloß zu weit weg, deswegen auch manchmal bloß ein Trade zum Beispiel machen. Oder ab und zu, wir haben es, glaube ich, dieses Jahr bisher sogar zweimal gehabt, dass wir gar keinen Trade auch abends gemacht haben, weil einfach genau diese, die bestmögliche Confluence hat halt einfach noch, war einfach nicht erreicht irgendwo. Und von wegen jetzt einen Trade einzugehen, bloß weil eine einzige Sache, ob irgendetwas was hindeut, ist immer ein bisschen schwach, muss ich sagen. Also bloß auf eine einzige Sache, mich zu verlassen, würde ich nicht machen. Wenn, dann will ich mal mindestens schon mal zwei Sachen sehen, die auf eine entsprechende Idee hindeuten können oder die das bestätigen können. Und ja, bestenfalls habe ich, wie gesagt, mal drei Sachen, die das andeuten. Wir freuen uns ja auf dem Niveau, dieses Retracement-Level, als auch natürlich das Support-Level, wäre ich ja selbst schon drin gewesen. Genau. Soweit quasi dazu. Okay. Wollen wir uns mal ein bisschen der, ein bisschen was kommen, also wollen wir uns mal ein bisschen der E-O-Dein-Theorie zuwenden? Wollen wir das mal machen oder haben wir noch dazu, erst mal ganz kurz Fragen zu so ein bisschen dem Money-Management bis zu Setup selbst? Ansonsten können wir ein bisschen noch E-O-Dein-Theorie mal machen. Ist natürlich ein bisschen komplexer, aber wir werden, ich werde alles ganz easy auch halten für euch. Dadurch wird es auch wieder verstehen, vor allem dann hoffentlich auch Andreas, weil von dir kam dann die Frage mit E-O-Dein-Theorie mäßig. Aber ich muss mal ganz kurz was trinken. Sonst kann ich heute den Rest des Tages nicht mehr sprechen, wenn ich einen trockenen Hals habe. Okay, macht mir nicht den Eindruck, als hätten wir Fragen. Entsprechend, Team, würde ich sagen, wir gucken mal ein bisschen in die E-O-Dein-Theorie rein. Und die Frage, die Andreas ja vorhin gestellt hat, ist, woran erkenne ich, also ganz kurz, wir machen Crash-Kurs E-O-Dein-Theorie für drei, vier Minuten und dann gehen wir auf die Frage genau einfach an Andreas, okay? Okay, Crash-Kurs E-O-Dein-Theorie, okay, let's go. Und zwar, die E-O-Dein-Theorie selbst, diese wurde 1900, kurz nach 1900 von Ralph Nelts und Elliot entwickelt und er hat quasi gemerkt, dass sich der Markt immer quasi in denselben Mustern letztendlich bewegt. Und wenn man alle Muster auf etwas runterbrechen will, ist das immer genau dieses Impuls, Rücksetzer, Impuls, Muster. Sprich quasi genau dieses Impuls, Rücksetzer, Impuls, Muster. Okay? Was er allerdings gemerkt hat, ist quasi, dass der Markt in so einer ganz großen Faktalstruktur drin ist. Das heißt, ein so ein Impuls, nicht bloß ein Impuls, sondern würde ich jetzt quasi, wäre das jetzt zum Beispiel der Tageschart, okay, und jetzt gehe ich mal in den Stundenchart rein, ich stelle mal jetzt hier oben, das hier ist ein Tageschart, deswegen One Day für Tageschart und jetzt würde ich mal jetzt hier in den Stundenchart reingehen, deswegen H1 jetzt mal. Wie würde dann genau dieselbe Bewegung aussehen? Dieselbe Bewegung würde so aussehen, dass wir quasi von hier unten aus erstmal nicht in einen Impuls, sondern in fünf kleinen Wellen hier hochlaufen, sprich bis hier hin. Okay, jetzt habe ich ein bisschen unten schon aufer gezeichnet, aber wir haben jetzt quasi fünf Wellen bis hoch. Diese Korrekturphase selbst, wenn ich ein bisschen jetzt genauer mit der Lupe mal draufhalten würde, geht die quasi in drei Wellen nach unten, eins, zwei, drei. Okay? Und diese nächste Impulswelle zum Beispiel geht wieder in genau fünf Wellen nach oben, eins, zwei, drei, vier, fünf. Also hier quasi eins, zwei, drei, vier, fünf. Das hier eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay? Und würde ich jetzt zum Beispiel quasi jetzt von dem Stundenchart jetzt in den Minutenchart reingehen, hätte ich quasi hier unten wieder genau fünf kleine Wellen, die hochzugehen, drei Wellen, die runterzugehen, wieder fünf Wellen, die hochzugehen und so weiter und so fort. Okay? Das war diese Fraktalstruktur. Und daher kommt übrigens auch die Idee wieder mit diesem Impuls, Rückseitungsimpulsmuster insgesamt. Was ihr erstmal bloß wissen müsst, die Frage ist bloß, woher genau weiß ich, wo jetzt quasi die sogenannte Welle eins startet? Also ich muss es jetzt mal hier bezeichnen. Eins, zwei, drei. Okay, das sieht jetzt nicht nach einer drei aus. Drei, vier und fünf. So tun wir quasi diese, die Aufwärtsimpulse tun wir quasi mit Zahlen beschriften. Diese Korrekturphasen tun wir quasi hier zum Beispiel mit einem A, B und mit einem C beschriften. Okay? Ich hoffe, das dürfte erstmal soweit ungefähr noch jetzt klar sein. Also so ganz bloß Grundprinzip E-Level-Theorie, okay. Wir müssen vielleicht ein bisschen beschriften, worauf das aufbaut. Die Frage, die dann tritt, was hat das jetzt so? Genau weiß ich, wann jetzt die erste Welle hier gerade gestartet hat. Da so jetzt eine Sache, das weiß man halt nicht so richtig. Das ist genau das größte Problem, was wir in der E-Level-Theorie haben. Wenn wir nach der E-Level-Theorie handeln wollen, zeigt sich aber, dass wir verschiedene Setups haben können, die sind ergeben. Jetzt wird es wirklich ein bisschen komplex, Leute. Deswegen, wer noch keinen Plan von E-Level-Theorie hat, vielleicht einfach bloß mal anhören und nichts merken. Okay, pass mal auf. Es zeigt sich nämlich einfach bloß Folgendes angenommen. Ich mache jetzt mal folgendes Beispiel. Ich stelle es mal so nach rechts scrollen und jetzt stelle ich es mal wirklich jetzt hier mit diesen Partnern hier angenommen. Pass mal auf. Folgende Idee. Wir haben jetzt eine Ablatsbewegung gerade eben. Die sieht ungefähr, wir haben jetzt erstmal eine Ablatsbewegung und jetzt sind wir quasi, okay, wir machen erst bloß die Ablatsbewegung und haben jetzt insgesamt und jetzt hätte ich vielleicht die Vermutung von wegen, naja, guck, wir sind jetzt ganz schön tief gelaufen. Von hier unten könnte vielleicht schon so ein Startpunkt kommen und tatsächlich laufe jetzt gerade einen Ticken nach oben müssen wir mal gucken, was könnte jetzt von hier aus passieren zum Beispiel. Okay, wir haben jetzt bloß eine kleine Korrektur nach oben. Jetzt ist die Frage, okay, was ist jetzt als nächstes dran? Ist jetzt zum Beispiel als nächstes dran, dass wir eine weitere Korrekturwelle hier runter zu haben in Form von diesem C zum Beispiel, sprich jetzt hier runter zu zum Beispiel, sprich so ein Ding jetzt hier oder ist gerade eher dran, dass wir gerade bloß jetzt hier minimal korrigieren könnten, bevor wir jetzt von hier aus wirklich so eine neue 1, 2, 3, 4, 5 hätten. Was wir jetzt nämlich sehen, ist Folgendes, egal was von beiden Wegen gerade gleich ist. Die erste, die wir haben, ist die erste Bewegung, egal ob es jetzt am Ende bloß eine 2 wird oder ob es am Ende so ein C zum Beispiel wird, am Anfang gehen wir erst einen Ticken runter. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind solche Setups, die man versucht, in der Erdentheorie eher zu handeln, wo man quasi mehrere Wege hat, allgemein übrigens, auch wenn du dir den Chart anguckst, den einen Erdenkern gibt es dann auch gar nicht letztendlich. Also langfristig im Nachhinein natürlich schon, aber wenn wir in Echtzeit den Chart mitzählen, mitcounten wollen, müssen wir quasi immer mehrere Alternativen insgesamt auch uns bereitlegen. Und hier verhält man zum Beispiel die Alternative von wegen, wir haben jetzt hier schon eine Korrektur runter und entweder wäre eine Alternative, wir haben jetzt wirklich so ein A und B, C, was jetzt schon gerade runterläuft zum Beispiel insgesamt und wir sind jetzt vielleicht in der nächsten Welle C oder halt, wir haben gerade schon von unten irgendwie ein anderes größeres Muster irgendwie abgeschlossen, egal was jetzt sein könnte, vielleicht irgendein Dreieck oder was weiß ich und von hier aus können wir quasi dann 1, 2, so eine neue 1, 2 schon dann von hier unten jetzt auscounten. Was wir quasi versuchen, ist letztendlich bloß, wenn wir mehrere Alternativen counten, versuchen wir quasi diese Teilstrecken zu handeln, die quasi, egal was am Ende für eine Alternative richtig sich, als richtig herausstellt, da wo quasi die Strecken sowieso identisch erst mal sind, die versuchen wir quasi wirklich zu handeln. In dem Fall zum Beispiel macht es Sinn, folgendes, zum Beispiel auf so ein C lieber zu handeln oder zumindest dieses Short erst mal zu probieren. Allgemein, weil die E-Leveln-Theorie handelt, sollte immer bloß auf drei Wellen handeln, die es gibt. Auf die Welle 3 selbst, ich tue mal jetzt hier in das Schema reingehen, die Welle 3, die lässt sich immer ganz gut handeln. Wir können natürlich, wie gesagt, nicht immer wissen, ob wir jetzt hier gerade bloß eine kleine 2 haben oder ob wir jetzt eine tiefe Korrektur haben für vielleicht irgendein größeres C oder so was, das wissen wir natürlich nicht, aber es lohnt sich in meinen Augen immer darauf zu traden, dass man in der Welle 3 versucht zu handeln. Die ergibt immer Sinn, A, vor allem auch, weil erstens, wir sehen vorher, so einen Impuls kannst du meistens irgendwo schon erkennen letztendlich. Ich tue gleich noch mal was zeigen, genau wo man so einen Impuls auch sehen kann im Chart, keine Sorge. Aber auf jeden Fall, so einen Impuls kann man meistens sehen, die Korrektur kann man auch meistens sehen. Deswegen macht es Sinn, okay, die dritte Welle, darf laut Regelwerk nie die kürzeste Welle sein. Das heißt, wenn du auch die dritte Welle erwischst, hast du auch dann richtig Profit, was du mitnehmen kannst tatsächlich. Okay, entsprechend macht es Sinn, einfach auf die Welle 3 zu traden. Das macht sehr viel Sinn. Was auch sehr viel Sinn macht, ist dann auf diese Welle 5 zu traden. Das heißt einfach, diesen Trend noch weiter hinterher zu laufen. Das macht auch sehr viel Sinn. Oder halt dann analog, sage ich mal, zu der Welle 3, jetzt halt bloß im negativen Fall dann auch quasi auf die Welle C zu traden. Diese drei Wellen, 3, 5 und C, auf die zu traden, das macht immer sehr viel Sinn aus der Theorie heraus. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, die Welle 1 zu versuchen zu finden, ist nahezu immer unmöglich, muss ich sagen. Es gibt natürlich irgendwelche Setups, wo wie vorhin soll ich jetzt hier, könnte man auch sagen, ich habe gerade keine Ahnung, wie jetzt, wenn wir jetzt hier bloß eine Abwärtsbewegung haben. Können jetzt zum Beispiel die Vermutung sagen, hier gucken wir, wir sind jetzt irgendwie größer korrigiert oder sowas. Können wir jetzt von hier aus zum Beispiel, haben wir jetzt von hier unten ausgehen zum Beispiel eine Welle 1, 2, 3, 4, 5 ausgehen oder haben wir von hier unten zum Beispiel so ein kleines Plus, so ein B, C muss, das ist total egal, aber wir sind zum Beispiel am Anfang, wird es wahrscheinlich auf Longhand deuten zum Beispiel. Entsprechend kann man sowas zum Beispiel probieren, natürlich, aber es ist nicht so safe. Was wie gesagt mehr safe ist, ist zum Beispiel auf die Welle 3 zum Beispiel sowas zu traden. Genau, das dazu. Wie genau findet man jetzt das oder wie genau kann man bestimmen, wo ist jetzt eine Welle 1? Da gibt es zwei Tricks, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Trick Nummer 1 ist, ich tue mir jetzt hier quasi die Traderfolgs ganz kurz mit reinholen. Trick Nummer 1 ist, du tust dir einfach irgendwo ganz random im Chart ein Verlaufstief, also wirklich ein sehr man kann das Verlaufstief suchen und von dort aus einfach mal zählen. Fang einfach von hier unten an zu zählen von wegen 1, 2, 3, 4, 5 zum Beispiel. Aus den 5 machst du quasi die nächstgrößere 1 zum Beispiel. Du musst von hier aus einfach anfangen mit zählen. Du wirst merken, früher oder später kommst du an den Punkt, wo entweder dein Count nicht noch intakt ist, dann passt erstmal alles so weit, du kannst von aktuell jetzt auch hier irgendwas mit traden oder du kommst an den Punkt, wo plötzlich der Count falsch wird. Wenn das der Fall ist, tust du einfach quasi von deinem Startpunkt aus nochmal gucken, okay gut, wie könntest du es anders counten und tust dich dann quasi Stück für Stück weiter zurück in den Chart abarbeiten. Das heißt einfach da bloß wirklich ganz random such dir ein markantes Verlaufstief oder vielleicht könntest du auch guck mal ein bisschen weiter raus, ich habe hier gerade einen Minuten-Chart drin, sehe ich gerade, ich tue mal vielleicht auch jetzt hier einen Stunden-Chart mal reinsetzen zum Beispiel. Tu vielleicht auch einfach ganz random von hier unten anfangen mit Counten einfach. Okay, und dann hast du jetzt eine 1, 2, vielleicht jetzt aktuell jetzt hier so eine 3 zum Beispiel drin oder was weiß ich letztendlich, was man zählen könnte zum Beispiel. Oder vielleicht jetzt hier sogar eine gefächerte 3 von wegen, also eine gedehnte 3, du hast jetzt hier quasi eine 1, 2, hast jetzt hier vielleicht eine neue 1, 2 und dann tust du einfach von da aus, okay, wenn das jetzt hier eine 1 ist, würde das bedeuten, dass du vielleicht vorher irgendeine Korrekturphase hast, beispielsweise jetzt hier eine W, X, Y oder so, keine Ahnung, ne? Also einfach da, um diese 1 zu finden, fang einfach irgendwann random an dem Tief an mit 10 und fang einfach an bullig zu counten. Okay, und die andere Sache ist, wie man quasi diese 1 erkennen kann, ist, wir wissen, wenn wir uns in der Erdbeeren-Theorie die Dreiecke angucken, dann wissen wir, dass ein Dreieck immer am Ende einer Korrekturphase ist oder eines Korrekturzyklus. Das heißt zum Beispiel, ein Dreieck ist zum Beispiel sehr, sehr häufig in einer Welle 4 zu finden. Und das kann ich natürlich auch nutzen. Wir gucken mal ganz kurz in das Schema rein. Wenn ich zum Beispiel wissen würde, dass diese Welle 4 jetzt hier, warte, ich tue das mal alles, ich tue mal ein neues Schema hier machen, zum Beispiel folgendes, wenn ich jetzt wüsste, dass hier oben irgendwo eine Dreiecksformation ist, zum Beispiel, die ich jetzt hier erkannt habe, okay, das sieht jetzt nicht wirklich aus nach einem Dreieck, wartet mal, zum Beispiel jetzt hier, wenn ich jetzt hier oben eine Dreieck erkannt habe, weiß ich, okay, vermutlich muss das eine 4 sein, vielleicht ist es aber auch bei einem A, B, C, irgendwie das B-Kradi, könnte natürlich auch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist erst mal eine 4 ist letztendlich. Also fange ich an, okay, ich fange jetzt hier an eine 4 zu counten erst mal. Das heißt auch gut, wenn jetzt hier die 4 ist, am Ende von dem Dreieck, muss natürlich am Anfang von dem Dreieck natürlich die 3 liegen, zum Beispiel. Die 4 darf zum Beispiel ja nicht in der 2 sein, das wissen wir zum Beispiel. Entsprechend würde zum Beispiel jetzt hier vorher die 3 liegen. Okay, wenn ich jetzt hier die 3 weiß zum Beispiel, die würde quasi jetzt hier liegen, dann wüsste ich auch, okay, vor jeder 3 muss ja irgendwann ein langer Impuls sein, wo dann auch hier unten eine 2 und eine 1 irgendwann ist. Und da kann ich quasi von hier aus anfangen zu counten quasi auch, okay, indem ich quasi die Eigenschaft von dieser, von der Dreiecksformation zum Beispiel zunutze mache. Oder halt zum Beispiel man guckt auch nach so irgendwelche Keilformationen, zum Beispiel ein bärischer Keil als Ending oder halt als Leading da ja generell Triangle, dass man quasi von da aus anfängt mit counten. Also da hat man verschiedene Tools einfach, aber wie gesagt, es ist wirklich sehr komplex und jetzt bloß in ein paar Minuten, das ist alles so klein, ist nicht ganz so möglich leider, aber ich hoffe, du kommst so ein bisschen hinter die Idee erst mal um diese 1 zu finden im Nachhinein zumindest, okay, und von da aus kannst du einfach anfangen mit 10, mit 1 bei Alternativen bestenfalls, da wirst du auch die Traits finden. Okay, und das haben wir von uns ganz genau, aber die Korrektur der Welle, der Welle B darf doch auch über Welle 3 liegen, sodass man auch nicht genau weiß, ist es die Welle 3 oder die Korrektur. Warte, ich muss noch mal ganz kurz durchlesen. Aber die Korrektur der B, Welle darf doch auch über Welle 3 liegen. Okay, das checke ich gerade nicht ganz genau, was du damit meinst, wenn ich ehrlich bin. Potentielle Welle 1, SRYX, ah, sorry, ach so, Potentielle Welle 1. Warte, du hast es glaube ich für uns geschrieben, als wir in dem Bereich hier glaube ich waren. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also die Korrekturwelle B, sprich der Anstieg jetzt hier, sage ich mal, darf doch auch über die Welle 3 liegen. Das weiß ich gerade nicht genau, was du meinst, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich gerade keinen Plan, was du genau meinst. 1 weiter links, wir waren jetzt hier gerade. Okay, dann das in diesem Schema und als die Welle B dürfte wieder, ach so, die Welle B könnte zum Beispiel auch jetzt bis kurz hier hoch gelegen. Genau, das würde natürlich auch gehen. Da haben wir sowas zum Beispiel wie so ein Extended Flat. Ich tue mal ganz kurz ein Schema zeichnen. Für alle anderen gibt es natürlich auch solche Sachen. Zum Beispiel, dass wir jetzt, ich tue es mal als Schema wieder so reinmalen. Von wegen haben wir diese 1, 2, 3, 4, 5 Impulse hoch zu. Und der Zeitwert haben wir jetzt nicht sowas wie jetzt hier. Das ist eine Zickzack Korrektur übrigens. Sehr, sehr häufig vorkommende Korrekturart. Insgesamt auch, egal ob E oder E oder E oder sonstiges ist. Zickzack nennt man das. Und dann gibt es auch ein sogenanntes Flat gibt es auch noch. Und dann gibt es aber auch ein sogenanntes Extended Flat. Das sieht ungefähr so hier aus. Das ist natürlich das Problem, nämlich auch hierbei, versuchen wir das Ding jetzt hier zu counten, nämlich. Deswegen ist er anfangen zu sagen, okay, wir haben eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5. Ich denke an, okay, eine 5 haben wir jetzt hier eine 6, eine 7. Na nee, okay, macht keinen Sinn. Das kann es nicht sein. Dann fängt es an, okay, wir haben jetzt eine 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das heißt, du kannst jetzt hier aus den ersten fünf Sachen insgesamt was jetzt hier eine größere 1 quasi. Also okay, gut, jetzt müsste hier die 2 sein. Wenn jetzt hier aber die 3 macht irgendwie auch, sieht auch irgendwie doof aus zum Beispiel. Dann fängt es an, okay, na gut, wenn es dann vielleicht jetzt keine 1, 2 war oder sowas, vielleicht ist da quasi bloß erstmal hier ein ein A, B und C zum Beispiel. Und dann haben wir quasi hier aus dem A, B, C dann unsere 2 jetzt hier, bevor es jetzt hier wirklich in diese nächste 3 hochgeht. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, das ist genau das, was die Irre-Venturier so schwierig macht, dass wir quasi im Moment selbst diese mehreren Alternativen haben. Aber zum Beispiel jetzt auch hier, wir gucken genau, weil es selber da nochmal rein. Es ist mir ja letztendlich egal, passt nur auf. Wenn jetzt zum Beispiel, also ich würde jetzt mal alles noch rauslöschen, bis hier jetzt oder so, das kann ich auch mal ganz kurz rauslöschen, das hier oben auch. Das brauchen wir jetzt alles erstmal nicht. Ist doch egal. Wenn ich jetzt genau an diesem Punkt jetzt hier bin, oder wartet mal, wenn ich jetzt genau an diesem Punkt bin, dass wir jetzt hier ein bisschen korrigieren, jetzt weiter hochlaufen. Jetzt habe ich natürlich die Frage, okay, haben wir, ein Mensch, TradingView, haben wir jetzt gerade hier unten schon eine 2 gemacht oder sind wir gerade in so einem Extended A, B, C? Kann mir auch im Endeffekt egal sein, weil egal, ob das jetzt hier unten schon eine 2 ist oder ob das ein A ist, der nächste Weg, egal ob es jetzt hier oben eine 3 wird oder ob das jetzt bloß ein kleines B wird, ist erstmal long. Das heißt, diesen Punkt versuche ich zum Beispiel long zu gehen. Du bist ja wie ich meine, das ist quasi genau der Punkt, wo man sagt auch, sagen wir, ich gehe dann in Richtung Confluence bei den Wellen vielleicht, kann man das dann so nennen, weiß ich jetzt nicht, ist natürlich eine erfundene Sache, aber ihr wisst, wie ich das dann hoffentlich meine, auch ähnlich wie wir bei Preisection nochmal nach Confluenzen suchen, können wir da quasi auch bei den Wellen nach Confluenzen suchen, aber wie gesagt, ist halt echt tricky, dann alles dort immer mit zu counten. Genau. Ich hoffe, das hat nochmal ein bisschen was dazu gesagt, Andreas, hoffe ich, wenn ich zumindest die Frage richtig verstanden hatte. aber auch irgendwie eine 3 zum Beispiel. Genau, okay, verstehe, aber ja, diese Confluence der Wellen hat mir geholfen. Ja, genau, wie gesagt, das ist das Wichtigste eigentlich, was wir dann, wenn wir nach Erodeintheorie handeln wollen, dass wir irgendwo einen Grundcount finden, den tun wir einfach so weit sind, bis er vielleicht nicht mehr aufgeht, dann tun wir den was noch im Überarbeiten, dann tun wir uns eine Alternative noch raussuchen, wenn die haben, dann haben wir vielleicht im besten Fall so 2, 3 Wege insgesamt, die sinnvoll sein könnten in dem Count und dann gucken wir bloß, okay, wo tun zum Beispiel, wenn du jetzt 2 Alternativen gerade betrachtest, ist total egal, wenn gerade an einem gewissen Punkt beide Sachen auf Longhand deuten, ist das quasi genau der Fall, wie zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel, kein Fall, ob jetzt hier zum Beispiel schon eine 2 und jetzt hier oben quasi gerade diese 3 losgeht oder ob wir gerade hier eben, ist auch bloß in so einem kleinen, ich muss mal jetzt in, vielleicht mal in Rotzeit oder in Blaumarschreibe, ob wir jetzt quasi jetzt hier erst in so ein A, B, C rein kommen, ist ja total egal, weil quasi genau dieser Streckenabschnitt hier ist sowohl in dem A, B, C drin als auch und dann in dieser, in der möglichen 3er-Bewegung jetzt hier hochzusetzen, jetzt mal in schwarz markiert, also die Bewegung will man dann abfangen, bestenfalls, wenn man das richtig machen möchte, aber wie gesagt, das ist halt wirklich sehr komplex, aber wenn das dich interessiert, dann immer drauf da, also wer die Elemente-Theorie versteht, die Elemente-Theorie selbst ist ja das beste prognostische Element, was wir haben, Instrument meine ich, nicht Element, Instrument, was wir haben, um die Kurse vorher zu sagen, wer das natürlich versteht, ist natürlich eine krasse Sache letztendlich, aber wie gesagt, ist halt wirklich auch sehr komplex, aber das für Eichig, hoffentlich habe ich da jetzt ein bisschen abgeholt, ne, genau. Ja, die E-Revent-Theorie mit deinen Strategien ist unglaublich stark, ja, pass auf, zum Beispiel auch heute der Blick, wenn wir jetzt mal einen Blick auf die E-Revent-Theorie werfen wollen und wir gucken uns mal zum Beispiel das Setup von heute an, was ich sowieso gehandelt habe, pass mal auf, wir können zum Beispiel, jetzt, was ich vorhin so meinte, aber es war es, wir können uns mal ganz random anfangen zu sagen, hier, guck mal, wir haben jetzt von hier unten eine Welle 1, wir haben eine kleine Korrekturwelle 2, und da ist ja eine lange Welle 3, wie man es auch erwarten würde, vielleicht kann man die auch noch aufsplitten, jetzt wieder hier eine 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas, keine Ahnung, da habe ich jetzt hier eine Welle 4, sage ich, okay, guck mal, meine Strategien selbst, ich habe es euch vorhin gesagt, das war es selber heute war, deutet auf Longhand, und aber auch zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt eine 1, 2, 3, 4, auch die Welle 5 würde jetzt genauso auf Longhand deuten, sage ich, okay, das war auch eine schöne Konfluenz, ab rein, da wisst ihr, wie ich meine, und genau, so weit quasi insgesamt dazu, und dann, ich weiß nicht, gibt es auch irgendeine andere Frage, die wir erklären wollen, ansonsten würde ich sagen, habe ich euch jetzt erstmal eine Stunde schön, oder ein bisschen mehr als eine Stunde schön zugetextet mit Zeug, da können wir auch gerne vielleicht in zwei Wochen nochmal ein Webinar machen, und wir reden über ein paar andere Themen, wisst ihr, wie ich meine, können wir es auch ganz gerne machen, und da würde ich euch dann quasi so in das Wochenende mit gutem Gewissen entlassen können, wisst ihr, wie ich meine, genau. Max schreibt top rein, danke, okay, ja, war cool, danke dir, bis dahin, gibt es bestimmt wieder neue Fragen, ja, eben, also, ich sage mal, wir können das gerne so in zwei Wochen oder in drei Wochen vielleicht nochmal neu machen, wenn es ein paar Problemchen wieder gibt, gucken wir uns das an, ansonsten, ich hoffe erstmal, Bernd, dass dir ein bisschen geholfen ist, Alex, dass dir ein bisschen geholfen ist, Achimilian war leider gerade gar nicht da, der wollte noch ein bisschen über Change of Character sprechen, aber das haben wir jetzt ein bisschen verpasst, egal, ansonsten auch Andreas, genau, und dann hoffe ich, dass da erstmal alle ein bisschen glücklich sind und wenn ihr Fragen habt, tut ihr euch am besten einfach auch mal einen Zettel schreiben und wir tun einfach in ein paar Wochen nochmal ein neues Seminarplan, okay, oder Webinar quasi planen, kriegt man auch hin, dann tut euch einfach hier so ein kleines Post-it-Zettel schreiben oder schreibt es in die Telegram-Gruppe einfach rein, wenn ihr eine Frage habt, also mir privat irgendwo, dann tue ich nur das aufschreiben und dann können wir das quasi in ein paar Wochen nochmal wiederholen und dann werden wir zusehen, dass quasi jetzt jeder Stück für Stück ein besserer Trader wird, nicht unbedingt immer mit meinem System, ist auch klar, zum Beispiel was Andreas reinschreibt, von wegen Edelwein-Theorie mit meinem System verbinden, das finde ich eine total coole Idee, tatsächlich, und das ist auch eine Sache, die wir, woran wir einfach alle gemeinsam bei euch dran arbeiten, ja, über die nächsten paar Wochen und Monate oder vielleicht auch dann sogar Jahre mal gucken, dass da jeder sein System wirklich für sich selbst findet. Ich kann euch mal ein Schreien zeigen, klar, aber am Ende kommt es dann quasi trotzdem, jeder hat so ein bisschen seine eigenen Macken, sage ich mal, die man quasi auf sich dann anpassen muss, wisst ihr, wie ich meine und genau, das werden wir schon alles hinkriegen. Okay, ansonsten genau, vielen Dank Valera, ich habe, freut mich, stark heute, besten Dank und auch schönes Wochenende. Genau, danke Team, schönes Wochenende euch allesamt, und ja, dann sehen wir uns spätestens Montag beim Live-Trading wieder.